Ja, danke für die nette Einleitung. Ich werde, wie angekündigt, in zwei Teilen etwas erzählen. Der erste Teil wird auch wieder mit geschichtlichen Beginn, aber ganz kurz. Vieles haben wir ja schon gehört. Ich werde Hintergründe beleuchten, allgemeine Dinge. Und der zweite Teil wird... Bin ich zu laut? Der zweite Teil wird mehr auf den Alltag, Schule, Lehrer, aus meiner eigenen Sicht, aus genereller Sicht eingehen und ein bisschen näher auf die Auswirkungen aufs Bildungssystem. Das wird im zweiten Teil stärker sein als im ersten Teil. Ja, was wir vor uns sehen, kann man vielleicht auch schon interpretieren. Das ist ein Mühlstädtler Wald. Genauer gesagt, eine von oben Aufnahme eines Waldstücks bei Feichter hinter Hagenberg. Ist auch Teil eines Projektes mit KI-Einsatz, wo wir Wildtiere zählen in Wäldern mit Hilfen von derartigen Systemen. Ist aber hier nur als Hintergrundfolie missbraucht. Ja, ich habe auch einen Titel gebraucht, neben dem etwas fadenlangweiligen, was bringt uns künstliche Intelligenz, weil da braucht man halt einen Untertitel. Und der Untertitel soll eines unterstreichen, dass es jetzt kein Vortrag sein soll, wo gesagt wird, was wird in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren mit KI alles kommen. Und ja, das hat man eh jahrzehntelang gehört, versprochen. Das selbstfahrende Auto ist, glaube ich, laut Herrn Musk schon seit zehn Jahren die ersten Aussagen. Also es wird sehr viel über die Zukunft fantasiert. Was ich heute machen möchte, ist viel über die Gegenwart reden. Am Anfang ein bisschen was über die Vergangenheit und vielleicht die sehr nahe Zukunft. Ja, überzeichnet, formuliert die nächsten 20 Minuten. Aber was wird uns heuer, nächstes Jahr noch erreichen? In diese Zukunft ist es gut möglich, nach vorne zu blicken. Wenn man die momentane Situation von wissenschaftlichen Arbeiten und so betrachtet, kann man diesen kurzen Zeitraum sehr gut voraussehen und kann an manchen Stellen mutmaßen, was heißt das für unseren Alltag. Gut, ich wurde bereits vorgestellt, brauche ich nicht mehr viel dazu sagen, habe mich jahrelang mit sogenannten Sprachmodellen beschäftigt. Das hat keinen so recht interessiert. Und wenn man sich vorgestellt hat, muss man sagen, mit was man sich beschäftigt. Seit JetGPT ist es ein bisschen anders, weil dann brauche ich immer nur sagen, ich mache sowas wie JetGPT, dann glaubt man zumindest, dass man Vorstellung hat davon. Das heißt, ich beschäftige mich als Wissenschaftler damit, solche Systeme zu bauen und einzusetzen, bin aber auch selber als Endkonsument oder als Lehrer betroffen von der Technologie. Also kann ich es von verschiedenen Seiten her beleuchten. Und wir werden natürlich heute nicht nur Anwendungen sehen, sondern wie wir bei den Studenten einmal sagen und Sie wahrscheinlich auch bei den Schülern, und es ist ganz wichtig, auch die Grundlagen zu lernen. Das heißt, die eine oder andere mathematische Formel kann ich Ihnen nicht ersparen, weil ich auch das Ziel habe, dass Sie ein bisschen den Hintergrund verstehen und nicht nur, wie man es anwendet. Und ich denke, Sie werden es Ihren Schülern auch immer so beibringen und auch immer auf verschlossene Ohren stoßen und sagen, man muss ja die Grundlagen wirklich lernen, wir müssen sie heute auch. Einstieg, ja, das Glücksrad habe ich als Bildmetapher am Beginn gewählt. Wir reden über künstliche Intelligenz, über Hochintelligenz. Man wird wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, dass man jetzt die Glücksrad-Sendung, Fernsehen, Vorabendprogramm als hochintellektuelles Bildungsfernsehen sieht. Aber es ist eine Metapher für das, wie künstliche Intelligenz trainiert wird, wodurch eigentlich der Durchbruch geschafft wurde. Und wenn wir den Grundlagenblock vorbei haben, werden Sie verstehen, wieso dieses Bild vorweg ist. In einem übertragenen Sinne könnte man sagen, wenn man es von Computer auf Kinder übertragen wird, lassen die Kinder möglichst lang Glücksrad schauen, dann werden sie von selber intelligent. Würden wir wahrscheinlich als absurd sehen, aber genauso absurd passiert es, wie künstliche Intelligenz trainiert wird. Kommen wir später darauf zurück. Ja, jetzt kann ich da eingrätschen, was schon in der Einleitung erzählt wurde. Ich habe das mit Elisa rausgegriffen. Erstens, weil es mit dem Gebiet, mit dem ich mich beschäftige und das, was wir jetzt mit JetGPT erleben, ein direkter, naher Vorfahre ist. Und weil ich auch nur das Vergnügen gehabt habe, dem Joseph Weizenbaum in den 80er Jahren an der JKU persönlich zu hören, und er hat das System ja eigentlich als Karikatur gedacht, um eigentlich zu zeigen, wie einfach, es sind ein paar ganz simple Regeln, die kennt man aus jedem Psychologenwitz, das müssen Sie mir nochmal genauer erzählen, wie war das früher in Ihrer Kindheit und ein paar Stehsätze und ein paar Regeln. Und er war dann sehr überrascht, dass dich Leute stundenlang mit diesem JetBot unterhalten haben und den eigentlich sehr ernst genommen haben. Das war die eigentliche Überraschung hinter der Technologie. Und ich möchte heute in dem Grundlagenblock auch klarlegen, wie einfach auch in prinzipieller Hinsicht die momentane Technologie ist und dass die KI-Forscher eigentlich gesagt haben, das, was man jetzt so jahrzehntelang in vielen Bereichen publiziert hat, zum Beispiel zu JetBots, kann man jetzt alles wegschmeißen, weil mit der Technologie, die man jetzt macht, erschlägt man das alles und viele der Ansätze, die man sonst verfolgt hat, sind eigentlich damit überholt. Manche mögen sich nicht damit abfinden und sagen, das kann es jetzt nicht gewesen sein, dass das das Schlauste ist. Gehen wir ein bisschen in die Zukunft oder die Vergangenheit ein bisschen nach vorne. Das ist 80er Jahre. Kennt den Herrn noch jemand? Der Zufallsgenerator stört etwas. Ich muss noch Daten einspeisen und den Frequenzgang stabilisieren. Der Computer muss einfach mehr Informationen verarbeiten. Verdammt, Bryce, wie lange wird es noch dauern? Ich muss eine wichtige Entscheidung treffen und die Zeit wird langsam knapp. Dummerweise befindet sich sein Kurzzeitgedächtnis in einem schlimmen Zustand, höchstwahrscheinlich durch den Unfall. Es wird eine Weile dauern, der Ordnung reinzubringen. Aber wir haben keine Weile mehr. Ja, das ist die Frage, haben wir noch eine Weile, was da kommt? Aus meiner Sicht, unglücklicherweise, wird sehr viel von unseren Vorstellungen über KI durch Science-Fiction geprägt. Wir haben sehr viele Science-Fiction-Filme, Serien wie das gesehen. Vieles wird da erwartet. Manchmal werden dadurch naive Vorstellungen geschürt, sehr oft Ängste für eine doch sehr in gewisser Hinsicht banale Technologie. Und manches, was in Science-Fiction möglich erscheint, ist unmöglich. Natürlich jetzt andere Dinge, die man sich gar nicht vorstellen hat können, sind jetzt möglich. Insofern sind diese Vergleiche gar nicht so optimal aus meiner Sicht. Und ja, der hat noch gestottert. Das war noch auf einem Amiga, wenn das Computer noch wer kennt, er zeigt. Und ja, 80er Jahre halt. Springen wir in die Jetzt-Zeit. Da habe ich ein Passfoto von mir verwendet und gesagt, so, ein Stück von einer Vorlesung, von einem Vortrag von mir, sollte es jetzt einfach animieren. Ich spiele mal auch ein Stückchen an. Welcome to the Science of Large Language Models. The podcast where we explore the latest research and advancements in the field. Da ist außer dem Passfoto nichts echt. Es ist weder meine echte Stimme, sondern der Versuch, sie zu klonen. Die Lippenbewegungen macht so ein System. Auch der Inhalt, den ich hier erzähle, ist eine KI-generierte Vorlesung. Das heißt, möglichst viel synthetisch. Ja, sind natürlich auch gleich Anwendungen in Richtung, was macht man mit Fake News? Kann natürlich nicht nur wissenschaftliche Unterrichtsinhalte so generieren, sondern auch Aussagen von Personen, die sie vielleicht nie getätigt haben. Das ist eine der großen Punkte, die jetzt, glaube ich, sehr intensiv mit KI diskutiert werden. Aus meiner Sicht zu intensiv, weil es schon ein wichtiges, aber nicht das Hauptthema ist. Hauptthema ist, wie ändert sich unser ganzer Arbeits- und Alltag dadurch. Und das ist nur ein kleiner Aspekt. In den Medien ist der ein bisschen überrepräsentiert. Das ist nicht so etwas Neues. Mit Photoshop konnte man Fake auch jetzt schon sehr gut herstellen. Und es gibt viele andere Techniken. Man hat in Social Media schon einiges gesehen. Das ist also nur ein Nebenaspekt von den KI-Dingen. Ja, stellt sich die Frage, sind wir denn überhaupt noch in der Lage, künstlich generierte Inhalte verschiedener Art von Menschen erstellten zu unterscheiden? Und da möchte ich gerne ein kleines Selbstexperiment hier herinnen machen, wo jeder, der möchte, der ein Smartphone mit hat, dann teilnehmen kann. Es wird ein QR-Code eingeblendet werden. Und mit dem QR-Code werden Sie auf eine Webseite weitergeleitet, wo Sie vier Fragen gestellt bekommen. Und die vier Fragen sind, es wird Ihnen eine Auswahl geboten von Texten oder Bildern. Und es geht darum, dann per Klick zu entscheiden, ist man der Meinung, ist etwas menschlich gemacht, ist es KI gemacht. Alles, was gezeigt wird, könnte von Menschen oder KI sein. Bei jeder Frage, bei den vier Möglichkeiten könnten alle von KI sein, gar keine. Also alle Möglichkeiten sind dabei. Das Nächste, was dabei ist, sind zwei Bildanwendungen, auch einmal Illustrationen und einmal Produktfotografie. Und ja, das Vierte, wir gehen auch noch ein Review auf Amazon. Auch da ist vieles, was nicht unbedingt, was heißt Produktbesprechung, da ist jetzt menschlich geschrieben. Und auch hier kommen KI-Dinge zum Einsatz. Und so Dinge habe ich ausgewählt. Und ja, jetzt gebe ich Ihnen ein paar Minuten Zeit, mit Hilfe dieses QR-Codes an dieser Abstimmung teilnehmen. Und dann werde ich von meinem Laptop das Statistik-Tool live aufrufen und wir sehen, ja, wie gut können wir hier herinnen das Ganze unterscheiden. Welche Dinge vielleicht besser, welche nicht. Und ja, vergleichen wir dann, wie gut fällt es uns. Und das sind jetzt nicht besonders perfekt gemachte Dinge. Die habe ich so für den Eigengebrauch gemacht, kann man alles nur perfektionieren. Das heißt, Frage 1 ist es relativ schwer gefallen, das zu unterscheiden. Das waren die Product Reviews. Ich muss sagen, gemeinerweise habe ich die KI dazu benutzt, möglichst schlecht sprachliche Anzeigen zu schreiben, um sie in die Irre zu führen. Auch das ist natürlich möglich. Also die Intention war, dass man eigentlich hier schlechter liegt, als wie durch Raten ist. Da kommt dann üblicherweise der Witz, der sagt, wenn wir jetzt in dem Saal ganz einen Haufen Schimpansen gesitzen hätten, die wären besser gewesen, weil die hätten einfach nur geraten. Das heißt, unsere Vorurteile leiten uns dazu, möglicherweise schlechter zu voten, als wenn wir nur raten würden. Ja, würde einmal mit freien Augen sagen, in Summe ungefähr ausgeglichen, wie wenn wir geraten hätten. Plus, Minus. Das kann man ungefähr sagen. Also hier bei der anderen Textgeschichte ist es uns auch nicht möglich, das wirklich zu unterscheiden. Das ist schon eine andere Verteilung. Wenn man die Balken addiert, würde ich auch sagen, mit freien Augen, so halbe, halbe. Nein, das ist mehr falsch. Ja, das ist der Einzige, wo man vielleicht signifikant sagen kann, die Produktfotografie ist ja offensichtlich noch nicht gut genug gemacht. Es ist auch schon ein, ein, zwei Jahre alt, dass ich das gemacht habe, wenn man das ein bisschen besser macht. Immer sicher können, dass ich es auch nicht mehr kennen. Da haben wir nur eine Chance gehabt, bei dem vierten das Ganze zu erraten. Ich will das auch nicht zu sehr in die Breite treten. Soll nur demonstrieren. Es fehlt uns schon bei so einfachen Dingen nicht unbedingt immer leicht, das Ganze zu unterscheiden. Und wenn man heute naiv meint, okay, das kann man, wenn man ein paar Tricks hat, unterscheiden. Ich bin demnächst zu einem Vortrag eingeladen worden, wo man gesagt hat, okay, ich soll da einen Vortrag darüber halten, wie man KI-generierte Bilder von Echten unterscheiden kann. Das kann ich nur ablehnen. Ich kann maximal einen Vortrag dorthin, um zu erklären, Sie werden es nicht mehr unterscheiden können. Vielleicht wird es mit speziellen Tools ein Computerforensiker, wenn er die Fotos hat, noch feststellen können. Aber als Endkonsument wird es einem schwerfallen. Ja, was heißt die ganze Technologie jetzt? Bevor wir in die Technologie eintauchen und ich versuche, wie sie funktioniert, noch ein paar Worte vorweg schon auch einmal geschichtlich angefangen. Was wird es für unsere Gesellschaft bedeuten? Aber jetzt nicht so die technologische Geschichte aufgerollt, sondern von Seite der Arbeit her betrachtet. Es wird immer erwähnt, wir stehen am Beginn einer industriellen Revolution. Was hat das mit Industrie zu tun? Könnte man meinen, ja, die Roboter, die vielleicht mit KI ausgestattet sind, sind in irgendwelchen Industriebetrieben und machen da was. Also eigentlich nicht damit gemeint, sondern der Vergleich setzt an anderer Stelle ein. Gehen wir einmal zurück, 18. Jahrhundert, okay. Viele der wiederkehrenden Tätigkeiten im Arbeitsalltag, und das ist der entscheidende Satz, sind dort sowohl in Fabriken als auch im landwirtschaftlichen Bereich durch Maschinen ersetzt worden. Klassische Beispiele sind diese Webstühle, teilweise schon programmierbar, Muster reinmachen zu können, hat entsprechend viel Elend über die Weber, die vorher das noch manuell gemacht haben, gebracht, gibt es Geschichte entsprechend viel darüber zu berichten. Ich hoffe, wir sind jetzt, wenn in anderen Bereichen wieder eine Revolution kommt, als Gesellschaft besser darauf eingestellt, nicht Leute in Elend zurückzulassen. Das Ganze ist allerdings nicht nur das Risiko zu sehen. Wenn man sagt, es war alles so gut und schön, die landwirtschaftliche Arbeit in der Idylle, das war so viel schöner am Land, und dann sind die ganzen bösen Maschinen gekommen, das ist vielleicht die verklärte Vorstellung von irgendeinem Städter, der nie am Land und schon gar nicht früher gelebt hat. Wenn man meine Großmutter so erzählt hat, wie die Landarbeit wirklich war, dann hat das mit Idylle und war so schön eigentlich nicht wirklich was zu tun. Also man kann das durchaus positiv sehen, dass Maschinen, in dem Fall Landmaschinen oder industrielle Maschinen, die Jobs waren ja nicht wirklich toll, dass die vieles von der manuellen, mechanischen Arbeitskraft in Routinetätigkeiten übernommen. Und jetzt muss ich langsam die Kurve zur KI wieder schaffen. Ja, was sind jetzt KI-Systeme? Sie werden kognitive Tätigkeiten, Arbeitstätigkeiten, insbesondere kognitive Routinetätigkeiten übernehmen und in der gleichen Art und Weise wie bei den mechanischen Tätigkeiten unseren Arbeits- und damit gesamten Alltag verändern. Und das möchte ich mit einigen Beispielen jetzt in der Folge untermauern und insbesondere dann auch im zweiten Teil, wo ich auf unseren Alltag meinen als Lehrer im Detail mehr eingehe und zeige, wo an welchen Stellen in meinem Alltag an einem Tag hat denn KI jetzt schon Bedeutung und wo wird sie bald etwas von meinen Routinetätigkeiten übernehmen. Wo fängt das Ganze an? Bei einem ganz banalen Task, den wir seit, ja, ihre Schüler kennen, nur noch das, ich bin aufgewachsen ohne Suchmaschine. Man kann sich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass man ohne so etwas leben kann. Links haben wir einen Google-Screen, rechts Bing. Die Dinger sind gerade dabei, sich massiv zu verändern. Eine Google-Suchmaschine mit zehn blauen Links, wie wir sie jetzt zwei Jahrzehnte gesehen haben, wird der Vergangenheit angehören in der Form. Google ist massiv unter Druck. Die haben intern Panik. Da werden 30.000 Leute, glaube ich, entlassen werden heuer. Google, die haben massive Probleme mit ihrem ganzen Geschäftsmodell. Und da steckt die Technologie dahinter. Microsoft treibt hier genau in diese Richtung. Was ist hier so anders? Eine Suchmaschine sind wir gewöhnt. Wir geben irgendwelche Schlüsselwörter ein. Und die Suchmaschine findet nach einem Algorithmus zupassende Seiten und listet sie uns in einer Sortierung auf. Und wir versuchen dann aus diesen Dokumenten die Frage, die wir eigentlich dahinter haben, oder die Recherche zu beantworten. Das ist old-style. Weil jetzt werden Suchmaschinen, und es gibt schon Alternativen zu Google und Bing, die das schon vollständig machen, die erobern gerade den Markt, die beantworten einfach die Frage. Und wenn sie gut sind, auch korrekt, sind Gefahren, kommen später noch Beispiele. Und wenn sie gut sind, geben sie auch die entsprechenden Referenzen, auf denen sie diese Antwort stützen. Die kommen dann als Referenzen angeführt. Und ich habe nicht mehr die Notwendigkeit, eine klassische Google-Suche so zu machen wie bisher. Wieso ist das für Google so tragisch? Für Google ist es so tragisch, ich glaube, zwei Drittel der Einnahmen von Google kommen immer noch, obwohl der ganze Konzern inzwischen sehr divers ist, aus den Suchanzeigen, die sie zwischen den Suchtreffern schalten. Wenn sie keine Suchtreffer mehr haben, weil sie keine Listen mehr antworten, haben sie auch keine Suchanzeigen dort drinnen. So einfach ist das. Wieso stört das Microsoft nicht? Und haben Freude damit. Die haben an diesem Markt, glaube ich, ein Prozent oder irgendetwas mit Bing. Die verdienen da nicht wirklich Geld. Dann macht es Spaß, Google zu ärgern, weil die verdienen ihr Geld mit der Business-Software und Office und so weiter. Das ist so der Wettkampf, den wir da erleben. Und da sehen wir jetzt schon bei einer simplen Google-Suche, oder ist es dann vielleicht bald keine Google-Suche mehr, sondern andere Tools. Es gibt so Firmen wie Perplexity, AI, so eine Suchmaschine, die gerade in den USA-Problemen, die das schon in sehr guter Art und Weise machen. Und die Datensammlungen mit dieser Technologie, insbesondere diese Sprachmodelle, diese Form von KI verwenden. Und das hat schon Einfluss auf unseren täglichen Alltag. Und ich würde sagen, es erleichtert es unter Umständen schon ein wenig. Ich habe jetzt wahllos ein paar, kleine Auszüge aus Tätigkeiten genommen, die Routine sind. Wenn Sie auf Amazon einen Shop betreiben, können Sie auf diesem Marktplatz auch, Sie sagen, ich habe einen Nebenjob, ich verkaufe irgendwie spezielle Designerklobürsten oder was auch immer, irgendein Segment. dann können Sie dort einen Shop aufmachen und über die Plattform handeln. Und eine der, oder es gibt zwei Tätigkeiten, die Zeitrauben sind. Die eine ist, die ganzen Bestellungen abzuarbeiten. Das macht man gern, falls man sie erreicht. Und die andere ist, die ganzen Produktdaten einzupflegen, die Produkte zu beschreiben. Und das ist eine furchtbare Routine-Task, wenn man das nicht mit drei Produkten machen muss, sondern vielleicht mit 3.000 oder mit drei Millionen wie große Online-Shops. Und da bietet Amazon jetzt schon als Vorabding ein kleines Hilfsprogramm, wo man ganz kurz beschreibt, was denn das für ein Produkt sein soll. Und es schreibt dann eine Produktbeschreibung, die auch dahingetrieben ist, dass das möglichst gut präsentiert, zum Kaufen anregt und macht einen Textvorschlag. Auf Knopfdruck. Und wenn ich das ein paar hundert Mal machen muss oder möchte, dann spart mir so ein kleines, KI-unterstütztes Tool sehr viel von meiner Routine-Tätigkeit, die ich hier als Online-Händler habe. Das ist ein kleines Beispiel, wo so etwas hilft. Ja, Beispiel aus unserer eigenen Hochschule. Wir haben übermorgen den Tag der offenen Tür. Also wer uns gerne besuchen möchte, gern eingeladen. Wir präsentieren eine Menge unserer Projekte mit Studierenden. Und wenn wir überlegen, wir müssen natürlich trotzdem Werbung machen. Leute kommen nicht von alleine. Das war ein Beispiel zu sagen, liebes Tool, in dem Fall einfach JetGPT und zwar hier in einer eigenen Variante. Wir haben ein FHGPT, das wir selber auch betreiben. Und das Datenschutzkonforme ist in Europa, damit das auch wirklich benutzt werden kann, ohne hier in rechtliche Probleme zu kommen. Schreiben wir den an Werbebanner-Beschreibung oder an Werbetext. Machen wir einen Budgetvorschlag mit erwarteten Klickraten und Ähnliches. Also da steckt Know-how von Online-Marketing-Spezialisten dahinter. Und das kann bei uns jetzt vielleicht die Assistentin machen, ohne hier entsprechend auch Hilfe machen zu können. Ganz anderes Beispiel. Für IT-Leute vielleicht interessant, oder alle, die betriebliche Dinge machen. Links ist vielleicht ein Auszug aus irgendeiner Rechnung, Lieferschein, Bestellung, irgendein Dokument, das man früher vielleicht ausgedruckt hat und irgendwelche Computer reingetippt hat. Wenn man die Digitalisierung schon ein bisschen weitergetrieben hat, dann druckt man es nicht mehr aus, sondern hat ein E-Mail mit einem PDF dran. Und dann schaut sich das wie am Schirm an und überträgt die Daten irgendwo wieder in eine Maske und dann landet es wieder mit einem Computerprogramm. Man versucht mit allen möglichen Tools das schon zu automatisieren, mit irgendwelchen Regeln. Das scheitert oft daran, dass die Dinge völlig unterschiedlich ausschauen. Jeder Lieferant ist anders. Bisher hätte ich als IT-Mensch keine Möglichkeit gefunden gehabt, das gut und zuverlässig zu machen. Mit so KI-Systemen kann man die Dinge darauf trainieren. Auch Muster, wo nicht unbedingt bekannt war, wo an welcher Stelle was steht, zu strukturieren. Hier gemacht so ein sogenanntes Chasen-Datenobjekt. Das kann ich dann computermäßig verarbeiten. Das heißt Routinejobs, die Auftragsbestätigungen, Ähnliches bearbeiten, gerade ein Projekt mit einem großen Möbelhändler in Oberösterreich, wo, glaube ich, 100 bis 200 Leute sowas in den Computer reintippen. Das automatisieren wir gerade. Da sind wir wieder bei den gesellschaftlichen Auswirkungen. Also, es soll nicht zynisch klingen, aber Teile davon könnte man jetzt schon am Arbeitsmarktservice anmelden. Müssen sie allerdings nicht, weil gekommen sind die deshalb. Sie finden keine Leute dafür. Momentan ist es in sehr vielen Branchen, die sagen, wir haben nicht genug Leute. Es kommen nicht genug junge Leute aus den Schulen nach. Wir haben die Not, wir brauchen solche Technologie, um hier die Lücken zu füllen. Ob das dann so weit geht, dass wir vielleicht nicht nur die Lücken füllen, sondern dass es weitergeht, das wird die Zukunft sein. Wieder ein ganz anderes Beispiel. Ja, etwas aus dem Kreativbereich. Das ist ein Projekt, das haben Studierende von mir gemacht. Wird übermorgen, Tag der offenen Tür auch präsentiert. Haben gesagt, okay, Bildbearbeitung lernt man ja bei uns. Kann man einer KI nicht beibringen. Also, ich gebe irgendein Foto. Das rechts ist Studentenheim in Hagenberg. Links ist ein altes Foto. Ich glaube, links irgendwo. Ich gebe zusätzlich dazu an, in welcher Zeitperiode ich das Foto haben möchte. Man sieht rechts, ja, auf einmal das Auto ist in der Zeitperiode, oder wahrscheinlich in den 60er oder 50er Jahre eingegeben. Alles andere hat sich, es bleibt ungefähr das Motiv erhalten, aber es macht einen Zeitsprung. Heißt, eine vielleicht Routine-Tätigkeit in einer Werbeagentur, Bildbearbeitung, so einen Effekt herzustellen. Photoshop, also ob das auch hier im Haus unterrichtet wird, ist uns im Medienbereich wichtig. Ja, auch da passieren auf einmal Dinge auf Knopfdruck. KI dahinter. Wieder ganz was anderes, wie vorher Rechnungen auslesen. Was haben all die Dinge gemeinsam? Es sind mit digitalen Daten kognitive Tätigkeiten, die aber doch sehr oft Routine sind. Buchhaltungsdaten auswerten. Das ist ein Softwareprojekt von uns, wo man Revisionsprüfung automatisiert über die Unternehmensdaten macht mit der KI. Am Ende fällt ein Bericht für den Prüfer raus, wo er nur noch seine Unterschrift drunter setzt. Ja, hochqualifizierter Job kostet, glaube ich, für jedes Unternehmen tausende Euro. Geht auch mit so etwas gemacht. Das ist ein Prototyp, der jetzt gerade beginnt, eingesetzt zu werden. Produktmängel, die sind am Beginn erwähnt worden mit diesem EU-Preis, den wir da begleiten. Was machen wir dort? Es geht nicht unbedingt nur, die Mängel in den Online-Reviews festzustellen, sondern das Ministerium für Konsumentenschutz möchte überwachen, gibt es unsichere Produkte am Markt? Die Leute schreiben schreiwillig sehr viel in Online-Reviews rein. Bei Amazon, mein Kind ist von der Schaukel gefallen, weil irgendwie das Seil gerissen ist. Kommen solche Dinge gehäuft vor, deuten sie auf Probleme hin. Man kann einen Produktrückruf machen. Nur das sind hunderttausende Reviews pro Produktkategorie. Das kann kein Mensch durchsehen oder das ist keinem zuzumuten. Eine KI kann inzwischen so etwas lesen, unter Anführungszeichen, auswerten, man kann es befragen, auch mit Millionen Reviews und kriegt schnell Antworten. Das ist genau das, was wir hier zum Beispiel gemacht haben. Informatikausbildung, glaube ich, ist im Hause wichtig. In der zweiten Session werde ich ein bisschen mehr auf das noch auch eingehen. Erstaunlicherweise, das ist etwas, was aus einfachem Jet-GPT rausfällt, gibt inzwischen weiterführende Systeme. Heute Nacht ist in den USA eines veröffentlicht worden, das so ein selbstständiger Programmierer ist, als KI-System, der richtige Jobs übernehmen kann. Also das Berufsbild des Softwareentwicklers, haben wir mal vorsichtig, verändert sich mindestens sehr stark. Auch da ist man sehr froh, weil man einen großen Mangel hat. Also es hat jetzt keiner von den Softwareingenieuren, denen ich das immer erzähle, große Angst um seinen Job, dass da viel automatisiert wird, sondern weil es eher, ja, sind wir froh, dass es ein bisschen was von der Arbeit abnimmt. Aber wird auch spannend. Seht ihr, im Unterricht verwende ich das ganz gern, weil ich kann jetzt selbsttätiger Schüler mehr schauen, ich gebe ein Stück Code, lass mir den erklären. Fehler, Variablein, ich kann mit dem, wie mit einem Hilfslehrer kommunizieren. Auch didaktisch ganz spannend. Erstaunlich, dass das Programmiercode ganz gut, nicht nur Fehler suchen, ähnliche Dinge machen kann. Ja, bis jetzt waren es lauter schöne Beispiele, was alles nicht toll funktioniert, von Bildern bis Sourcecode. Dann kommen natürlich immer solche Beispiele. Das ist ein von mir selbst gemachtes Beispiel, in unserem eigenen FH-GPD, aber ich glaube, es geht auch bei ChatGPD. Und das soll eine Überleitung sein, ich versuche jetzt im nächsten Teil, ein bisschen zu erklären, wie die Technologie funktioniert. Und dann wird Ihnen vermutlich klarer sein, wie es solcher Unsinn entstehen kann, bei so einem so schlauen System, das viele Tätigkeiten kann. Weil es für manche Art Tätigkeiten in der Form nicht geeignet ist und für manche schon. Und für uns ist es wichtig, einschätzen zu können, wo verwendet man das und wo nicht und in welcher Form. Jedes Werkzeug und es ist nichts anderes als ein Softwarewerkzeug, muss richtig verwendet werden. Dann kann es gut, schlecht, böse oder nicht sein. Das gilt auch hier. Hier ist offensichtlich, als Wissensdatenbank eignen sich diese Sprachmodelle sehr schlecht. Weil sie dazu neigen, Wissen, das sie haben, die haben viel Wissen, korrekt wiederzugeben, aber Wissen, das sie eigentlich nicht haben, geben sie trotzdem von sich. Gibt vielleicht einen guten Politiker von sich, gibt auf alles eine Antwort, ob er es weiß oder nicht. Es rät einfach. Und das in gewissem Sinne ist es ja plausibel. Und genau so arbeiten die Systeme mit Wahrscheinlichkeiten, Plausibilitäten und dann kommt solcher Unsinn zustande. Das heißt nicht, dass man es nicht sicher mit entsprechendem Text einsetzen kann. Wenn ich eine Anwendung haben möchte, die Auskunft über landwirtschaftliche Produkte und Eier und Kuh-Eier und Hühner-Eier gibt, dann muss ich sicherstellen, dass das System, das ich verwende, das entsprechende Wissen auch hat und das Sprachmodell nur dazu verwenden, mit diesem Wissen, mit dem Endkonsumenten zu kommunizieren, aber nicht als Wissensbasis selbst. Also diese Einschränkung sollte einem bewusst sein. Jetzt kommen wir mal zum Technologieteil. Das wird uns noch beschäftigen, so bis zur Pause jetzt. Dann machen wir das andere. Ich möchte bei Texten und Bildern rundlegend vorstellen, wie funktionieren denn diese, um das, was wir gerade am Text gesehen haben, ein bisschen besser verstehen zu können. Wieso ist Sprachverarbeitung so schwierig? Ich unterrichte schon viele Jahre eine Vorlesung zu Computer, unterstützter Textanalyse, Texte zu verstehen. Auch alleine nur einen Text zusammenzufassen auf einen Absatz, war bis vor zwei, drei Jahren, die waren furchtbar schlecht. Die ganzen Algorithmen, die ich unterrichte, kann ich jetzt alles wegschmeißen übrigens, weil geht ja jetzt, jeder kann mit JGPT gut eine Zusammenfassung machen. Da hat sich also an der Technologie was geändert und das große Problem war immer das Problem Kontext. Ein und dasselbe Wort hat im anderen Kontext ganz eine andere Bedeutung. Zur Folie von meinen amerikanischen Kollegen, da war original war der Trump drinnen, ich habe ihn nur ersetzt. Nächstes Jahr tausche ich die Folie vermutlich wieder aus. Kontext ist wesentlich. Kontext heißt aber nicht nur, in welchem Satz steht es, sondern Kontext heißt auch, zu welcher Jahreszeit wird etwas gesagt, in welchem Kulturkreis. Vor 200 Jahren hätte ein Wort eine andere Bedeutung gehabt. Das ist irrsinnig schwierig zu fassen. Und der Ansatz, mit dem man es jetzt schafft, ist ein rein statistischer. Und das ist erstaunlich, dass das so gut funktioniert. So, jetzt kommt der Kern, wie arbeitet denn, stellen wir uns JetGPT vor, aber andere Systeme, die ähnlichen sind, sind der Vergleich dazu. JetGPT ist ja kein Produkt, sondern ist ja nur eine Teststellung, die ins Internet gestellt wird, um zu sehen, wie gut die Technologie funktioniert. Und sie sind alle Teil dieses Experiments, wenn sie dort reinschreiben und helfen, das System besser zu machen. Wie arbeitet so ein System? Kriege irgendeinen Text, das habe ich von irgendeiner Webseite, Webseite zur Produktinformation von einer beliebigen Webseite. Also geht nicht darum, was da es sollte. Ist wer damit der Blindtext? Diese Texte werden in Teile zerhackt. Sie haben mit roten Strichen eingezeichnet. Man könnte das wortweise machen, buchstabenweise. Das Effektivste ist jetzt so, Wortteile. Es gibt Algorithmen dazu, wie man das möge, die effektiv in Teile zerlegen sind, sodass das gut verarbeitbar ist. Kann ich mehrere Stunden Vorlesungen dazu halten, und mache das auch wieder im Herbst. Dann gibt es eine große Tabelle, wo für jeden Wortteil eine natürliche Zahl reingeschrieben wird. Was bedeutet, was ist welcher Wortteil? Kann sofort wieder zurückschalten. Habe ja diese Tabelle. Das heißt Zahlen. Wieso brauchen wir Zahlen? Wir wollen es mit einem Computer verarbeiten. Wir brauchen eine Formel, wir wollen rechnen damit. Deshalb diese Übersetzung. Als Mensch verstehen wir es jetzt nicht mehr. Ein Computer versteht es aber sowieso nicht. Es ist egal, ob das so oder so ist. Was macht dieses Verfahren, dieser Algorithmus? Es versucht, die nächste Zahl zu schreiben. Einen Satz weiter zu schreiben. ChatGPD ist die nächste Zahl zu finden. Da geht es jetzt um Statistik, Mustererkennung. Was kommt als nächste Zahl? Ich kann ja das sofort dann wieder in den Text übersetzen. Also was braucht man? Ich habe mit mir einen Mathematiker eingeladen, also auch mathematische Formeln. Irgendeine mathematische Formel, das ist nur das Kästchen, die haben wir noch nicht hingeschrieben. Das ist sehr schwierig. Die als Input einen Haufen Zahlen kriegen und ein Haufen meint, nicht nur die drei Zahlen, die davor waren und nicht nur die 30, die da sind, sondern bei einem jetzt gängigen System hunderttausende Zahlen, die vor der Zahl sind, haben alle einen Einfluss, was an nächste Zahl kommt. Damit wurde das Problem des Kontexts gelöst. Mit dem Holzhammer. Das ist richtig viel. Das ist ein ganzes Buch. Das hat alles einen Einfluss auf das Nächste. Mit diesem simplen gigantischen Zahlentrick ist man weitergekommen. Jetzt bleibt aber nur die Frage, wie finde ich jetzt mit diesen vielen Zahlen diese komplizierte Formel? Als Oberstufenaufgabe taugt das sicher nicht. Mathematiker können es auch nicht finden, aber Mathematiker wissen eines, wenn sie so eine Aufgabenstellung haben, komplizierte Formel, die eigentlich unmöglich ist zu finden, dann muss man es approximieren, also annähern. Und das hat sich in den letzten Jahren ein Verfahren durchgesetzt, mit dem man alle Funktionen, die man haben möchte, versucht anzunähern. Wenn von neuronalen Netzen gesprochen wird, ist immer der Vergleich mit Hirn und Hirnzellen, das ist extrem weit hergeholt, mit Hirnzellen und richtigen Hirn haben die Dinge relativ wenig zu tun. Außer einer groben Analogie, dass es eine netzwertartige Struktur hat, hat es gar nichts zu tun, so ein neuronales Netz mit dem, also wenn man einen Journalisten fragt, was ist ein neuronales Netz, das ist sowas, das funktioniert so ähnlich wie das Hirn. Das funktioniert nicht so. Das sind einfach Zahlen, die nach einem gewissen Schema summiert, multipliziert werden, ein paar andere Kleinigkeiten noch. Das heißt, im Wesentlichen tut es Rechnen, Grundrechenarten in gigantischer Menge und es gibt ein mathematisches Theorem, das sagt, wenn man die Architektur von diesen Dingen richtig baut, da wird von Schichten gesprochen, das ist Deep Learning, da sind einfach viele solche Abfolgen von diesen Berechnungen hintereinander, dann kann man jede beliebige Funktion so genau wie man sie möchte approximieren. Grundsätzliche Einsicht ist wie immer in der mathematischen ein tolles Theorem, hilft einem in der Praxis relativ wenig. klassische Antwort, wenn man Mathematiker fragt, kriegt man zwar eine Antwort, die korrekt ist, aber sie hilft einem nicht weiter. Auch hier so. Das heißt, man braucht nur eine weitere Idee, wie kann ich diese Funktion jetzt in intelligente Art und Weise, ich darf alle Mathematiker beleidigen, weil ich bin selber einer, also an dem her, es gibt ja immer diesen Witz, Müllviertlerwitz, von woher man es wusste, dass Mathematiker ist, ja, weil die Antwort war richtig, aber es hat man nicht weitergekommen. So, wir müssen jetzt diese Zahlen, die da multipliziert werden, diese Ws, das sind diese sogenannten Parameter, wo wir am Beginn gehört haben, von diesen Milliarden, das heißt, diese Zahlen bestimmen, wie das funktioniert. Wenn ich die gefunden habe und da multipliziere, habe ich alles. Und wenn es heißt, sie haben, Chatchipi, die hat sich wer runtergeladen, hat er sich eine riesige Datei mit diesen Zahlen runtergeladen. Nichts weiteres. Gar nichts weiteres. Diese Zahlen intelligent zu finden, ist die gesamte Aufgabe, die wir jetzt noch bis zur Pause lösen müssen und ich werde circa fünf Minuten, schätze ich, überziehen, aber ich glaube, das haben meine Vorredner vielleicht schon überzogen, dann bin ich nicht schuld. Diese Gewichte nennt man es auch, diese Zahlen zu finden. Ist es möglich, solche Zahlen zu finden, die eine komplette Geschichte schreiben können, aber auch die anderen Dinge, die teilweise hergezeigt haben. Das GPT-3, haben wir auch heute schon gehört, waren 175 Milliarden solcher Zahlen. Das war 2020. Da haben wir an Forschungsprojekten begonnen, mit sowas zu arbeiten, da haben wir gesagt, jetzt funktioniert es richtig. Vorher war es eine Spielerei. Also das war der entsprechende Umbruch. In der Öffentlichkeit war er dann zwei Jahre später, mit Chatchipi, da hat man bei mir diese Technologie, da haben die Firmen auch mitbekommen, wie OpenAI, jetzt machen wir die Dinge einfach immer nur größer. Das ist das, was momentan passiert. Das ist ein Wettrennen mit viel Geld, viel Energie, diese Ideen, die, die noch kommt, größer zu machen und auf einmal werden die Dinge intelligenter. Man macht gar nichts mehr anderes. Also die dann weiterhin nur die nächste Zahl raten. Viele Zahlen, die 175 Milliarden, da ist man nicht stehen geblieben. Inzwischen weiß man nicht mehr, was OpenAI beim Vierermodell, die sagen nicht einmal mehr, wie viele Zahlen, weil bis dorthin ist es publizieren worden, bis dorthin war es Wissenschaft, jetzt ist es Geld verdienen. Man schätzt aufgrund dessen, wie langsam es reagiert und was andere tun, dass das ungefähr das Zehnfache bei GPT-4 war. Also das wird substanziell größer. Es ist extrem rechenintensiv. Man weiß nicht, was JetGPT und OpenAI für GPT-4 gekostet hat, aber man weiß von einem kleineren, es war von MetaFacebook, ist ein Modell rausgebracht worden, dieses Lama, das alte, das ist 2, Lama 2, da haben sie gesagt, mit wie viel Supercomputer sie gerechnet haben und dass das 2 Millionen Dollar gekostet hat. Das war, das ist nicht ein so leistungsfähiges Modell. Das ist inzwischen Spielzeug, die kommen in den Sommer mit Lama 3 und dann sind sie in den Geldregionen, die nicht mehr bei 2 Millionen Dollar sind, sondern den OpenAI-Chef hat man einmal wieder gefragt, bei MetaFacebook, wie viel hat es denn eigentlich gekostet, das zu trainieren? Das hat ja angeblich 100 Millionen Dollar gekostet. Dann hat er gesagt, ich sage euch es wieder nicht, wie viel es gekostet hat, aber es war viel mehr. Also es liegt zwischen 100 Millionen und 10 Milliarden. Die 10 Milliarden Abschätzung ist das, das ist das, was OpenAI von Microsoft Geld bekommen hat. Und die haben es gar nicht als Geld bekommen, sondern als Rechenzeit. Da ging es darum, Rechenzeit. Also es ist total primitiv, aber es geht um viel Rechenzeit. So, jetzt wissen wir immer noch nicht, wie man diese Gewichte findet. Das bin ich noch schuldig. Experten können das nicht. Ich kann nicht Experten hinsetzen und sagen, was wird das für Formel sein, sondern es wird mit Daten gesagt trainiert. Was das Präzise heißt, wird jetzt der nächsten Folie sein. Das nennt man auch maschinelles Lernen. Das heißt, das System zieht aus den Daten in einem gewissen Sinn die Regeln raus, um den Task zu erledigen. Ohne, dass man es am Arbeiterkert richtig versteht, wieso es das kann, dieses Blackbox. So, jetzt sind wir bei dem. Was macht ein System wie JetGPT, wenn es trainiert wird? Es spielt Wörterraten. Jetzt, meine Erinnerung am Beginn des Vortrags, das war zwar nicht Marin Giltzer, sondern das war in den 80er Jahren, sondern das war das neue Glücksrad, glaube ich. Wir tun Wörter- und Buchstabenraten spielen. Wörterteile sagt man eigentlich jetzt. Kann jemand raten, was die roten Punkte möglicherweise für ein Wort sein können? Meine Erwartungshaltung ist nein. Ich habe aber schon Vorträge gehalten, wo dann wer aufgezeigt hat. Wenn jemand bulgarisch kann, dann könnte er es mir sagen. Extra nicht russisch genommen. Ja, wir können es nicht raten, weil wir die Sprache nicht verstehen. Und genau so geht es einem KI-System am Beginn. Das kann nur zufällig irgendwelche Buchstaben reinschreiben und nichts Sinnvolles. Das macht es auch. Dann kriegt es eine Rückmeldung. Rückmeldung heißt, die Zahlen werden verändert. Ein klein bisschen. Die Mathematiker sagen, das ist Newton-Verfahren, nicht ganz Newton-Verfahren, aber etwas Einfacheres davon. Zahlen werden verändert. Und dann kriegt es immer wieder Stücke von Texten und muss das nächste Wort raten. Und das ist alles, was im Training gemacht wird auf Supercomputern mit sehr viel Text. Ja, wenn ich es auf Deutsch mache, haben wir sofort eine Vorstellung im Kopf. Nicht unbedingt vielleicht ein Wort, aber mehrere. Wahrscheinlichkeiten werden hier gemacht. Das ist nicht immer ein Wort. Aber jedes Wort hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, da rein zu passen. Das System lernt diese Wahrscheinlichkeit. Und da sind wir bei den Kuh-Eiern. Wenn du das nicht weißt, dann nimmst du das Nächstwahrscheinliche, was halt nach was klingt. Genauso ist das System gebaut. Also es ist kein Fehler dieser Systeme, den man beseitigen muss, dass sie sogenanntes halluzinieren, sondern die werden das immer tun. Die sind so gebaut. Das ist kapack. Das ist bis an so. Ja, wäre eine Möglichkeit, wo ich sagen würde, als Mensch. Und ein so ein System wird immer besser, wenn es immer besser ist, das Ratespiel richtig zu machen. Das macht man monatelang auf Supercomputern mit vielen Daten. Viele Daten was steckt drin? Das gesamte Internet, das man irgendwie kann, runterladen. Da kommen dann so Rechtsstreitigkeiten wie mit der New York Times raus. Inzwischen passen die extrem auf, wenn die neue Systeme trainieren, dass sie nur Dinge, wo sie die Copyrights haben, auch trainieren. Die kaufen man in jeder Ecke bei allen Publishern zu, was sie an Daten kriegen. Freie Bücher, irgendwelche Chats, alles was man Programmiercode, Artikel, die man hat, alles was Textinformation von der Welt ist. Man kann sich so vorstellen, da steckt dann sehr viel drinnen. Diese KI-Systeme haben keine Verbindung zur Welt. Die können nicht fühlen, die können nicht sehen. Das heißt, die kriegen eigentlich nicht, wie ein Kind mit, aus Interaktion mit der Umgebung etwas zu lernen, sondern nur aus diesen Daten. Ich habe immer das Bild ganz gern, die lernen nicht aus der realen Welt, sondern aus den Schatten, die die reale Welt digital wirft. Das sind so diese Schatten. Das ist ein Abbild der Welt, da steht viel drinnen. Aus dem raus lernen die Systeme. Erstaunlich, dass das so weit funktioniert. Hätte in den 80er-Jahren nicht funktioniert, wir hätten die Daten nicht gehabt, wir haben kein Internet gehabt, wir hätten nicht die Rechenzeit gehabt, nichts wäre vorhanden gewesen. Also erst das Vorhandensein von diesen Daten hilft. So, wie kann man sich jetzt vorstellen, wieso so ein System das Wissen lernt? Das ist die Wikipedia-Seite von Linz. Ich habe heute auch annehmen können, aber Entschuldigung, ich habe es heute nicht mehr ausgetauscht, die Folie. Da kommen Fakten vor. Es lernt Wörterraten zu spielen. Um das Wörterratenspiel auch bei dieser Seite richtig lösen zu können, wird ganz automatisch, aber man weiß nicht wo, in diesen Zahlen drinnen die Information gespeichert und da wird gar nicht die einzelne Zahl gespeichert, sondern es ist irgendwie verteilt. Um das richtig lösen zu können, damit weiß es etwas über Linz. Weiß, es kann die Zahlen so richtig, wenn sie etwas danach fragen, hinschreiben, die Wahrscheinlichkeiten, dass das, was es hinschreibt, die Frage beantwortet. So einfach ist es. Damit das Ganze auch im Frage-Antwort-Modus geht, wie man es bei JetGPT kennt, wurde das nicht nur auf so Faktenseiten trainiert, sondern an Dialogen. Hat man hunderttausende Dialoge gefüttert, dann hat es gelernt, nicht gelernt, es hat das Muster nachgeahmt, den ein Dialog hat. Das ist ein statistisches Ding, das Muster nachahmt. Und als allerletztes wird dann noch etwas gemacht, jetzt sehr häufig in der Diskussion, man möchte diese Systeme dazu bringen, dass sie auch so antworten, wie wir das möchten, erwarten. Wenn man nämlich ein System, wo dieser Schritt nicht gemacht wurde, fragt, wie man einen Molotow-Cocktail herstellt, dann schreibt das das hin, weil das hat es irgendwo im Internet Thesen. Das will man nicht, aber gibt es eine Diskussion in der Wissenschaft, ist das jetzt Zensur oder ist das Verhindern von Unsinn? Und das wird so gemacht, indem man irgendeinen Satz schreibt, könnte stehen, wie macht man Molotow-Cocktail und dann gibt es mehrere mögliche Fortsetzungen und ein Mensch klickt drauf und sagt, Mensch, ich möchte das, das ist das Bessere aus meiner Sicht. Wenn Molotow-Cocktail steht, das sage ich dir nicht, das ist unmoralisch. So wird dem System dann menschliche Wertvorstellungen in dem Sinne beigebracht, dass es wahrscheinlicher etwas nimmt, das wir gut geratet haben. Und da ist natürlich jetzt der Sport, wie kann ich das wieder unterlaufen und umgehen? Das ist sogenannte Jailbreaks, ich glaube, habe ich jetzt noch was oder Nachmittag dazu drinnen. Das ist die wissenschaftliche Arbeit, die ich schon mal erwähnt habe, 2020 von den Open-Air-Leuten. Das war bahnbrechend, wirklich bahnbrechend dafür. Nicht zu Unrecht, dass die jetzt zuständig in den Medien sind. Bilder, Bilder bin ich in ein paar Sachen schüttet. Wie macht das denn Bilder? Das kann ja mit Bildern so nicht funktionieren. Ich habe jetzt immer Texte fortgesetzt. Bilder macht man ein bisschen anders, aber es ist auch sehr, es ist auch von den selben Ideen eingeleitet, auch sehr primitiv. Das sind zehn Fußbälle, wo die Luft ausgeht, habe ich gezeigt, mit irgendeinem Algorithmus, das ist aus einer wissenschaftlichen Arbeit von mir. Was da auffällt, ist, die schauen sehr unterschiedlich aus, oder? Jedes Mal generieren, kommt ein anderer selber Algorithmus. Das heißt, das ist in gewissem Sinne kreativ, aber trotzdem ist alles irgendwie ein Fußball. Das heißt, das Konzept Fußball wird wiedergegeben mit einer ziemlichen Bandsbreite. Das finde ich faszinierend. Und sieht man, ich habe dann noch weitere Beispiele auch noch. So, eine Folie, wie das gemacht wird. Diese Fotos, da werden Milliarden Fotos aus dem Internet runtergeladen, wieder Copyright-Thema, sind wieder einige Prozesse. Die ersten waren so, da haben sie es wirklich einfach überall runtergeladen. Inzwischen nimmt man nur Copyright erlaubtes Material. Hat einen Text dazu, in dem man aus dem Internet Dinge lautet, wo der Text darunter steht, was man dort sieht. Das heißt, das System lernt zwischen dem Text, den Zahlen des Textes und den Zahlen des Pixelbildes eine statistische Korrelation. Dann beginnt man schrittweise das Ganze zu verrauschen. Am Ende hat man Rausspielt. Ganz Unsinn. Jetzt habe ich das Foto zerstört. Und jetzt trainiert man das System, diesen Prozess umzukehren. Das sind Wahrscheinlichkeiten und diese Übergangswahrscheinlichkeiten umzukehren. Das bringt man dem System bei. Und wenn Sie heute ein Foto erzeugen, geben Sie dem ein Rauschen, bloß einen Text, was Sie sehen wollen. Und dann hat er das gelernt und macht genau so ein Foto. Das ist das, was diese Bildgeneratoren wie Mitcherny im Prinzip machen. Auch in zwei Minuten erklärt. Und das Grundprinzip, es funktioniert durch die schiere Menge an Daten und Rechenzeit. Ich habe Beispiele, wollen aber das Kloster, das ich generiert habe, Insekten. Ich habe mal untersucht, welche Konzepte der Welt versteht so ein System und welches nicht. Ganz viel, nicht alles. Ganz spannendes Tätigkeitsfeld. Jetzt kann man das Ganze kombinieren. Wer eine Bezahlversion von JetGPT hat, kann diese Systeme kombinieren, kann auch daraus Bilder erzeugen. Eine freie Version glaube ich noch nicht. Das sind einfach diese beiden Ideen kombiniert. Auch heute am Beginn bei der Einleitung schon erwähnt. Jetzt kann man Bilder auch in solche Systeme, seit GPT-4 versteht es nicht nur Text, sondern auch Bilder. Also Input gemischt mit Text. Das ist ein Foto von einer Skizze einer Webseite, die gemacht wurde. Und am anderen Fall kommt eine Webseite raus, in Form von Source-Code. Die funktioniert sogar, die Witze-Seite. Das ist so das Beispiel aus der Pressekonferenz geschrieben. Selber so ein Beispiel aber funktioniert. Das heißt, die können eine Skizze, ein Bild, Beschreibung, Text dazu reingeben, macht man den Code. Heißt das für das Berufsbild meiner Studenten, die gerade beginnen, im ersten und zweiten Semester HTML, CSS und JavaScript zu lernen, heißt das etwas. Ich weiß nicht genau, wenn die in drei, vier Jahren in den Job kommen, welche von den Fertigkeiten, in welchem Umfang sie noch benötigen werden. Ich nehme einmal an, es wird nicht alles wegfallen und es macht alles automatisch was. Aber wenn man anschaut, wie die Systeme besser werden, naja, ganz so zu Fuß CSS-Codes zu machen, wie wir jetzt machen, glaube ich auch nicht, dass das wir machen werden. Also das Berufsbild und damit unser Unterricht wird sich ändern. Ich glaube, das mache ich ganz kurz und überspringe, sonst überziehe ich heillos. Das ist das angesprochene Konzept eines modernen Computers mit John van Neumann wird durch diese Art überholt. Wir haben neue Art von Recheneinheiten, es sind diese Sprachmodelle, ja, verschiedene Eingabemöglichkeiten, also wir haben eine neue Art und mich jetzt alleine gelassen und mache ich dann ein paar seiner Folien. Das mit Molotow-Cocktail habe ich gesagt, das versucht man den Systemen beizubringen, das nicht zu machen. Natürlich gibt es Spaßvögel, die es unterlaufen wollen. Früher ist das gegangen, sagst du, du bist in einer Dokumentation, anderer Kontext, geht schon lang nimmer, weil, ja, hat man auch ausgebügelt. Der nächste Spaßvogel hat das gemacht, das ist sogenannte Space64-Encoding, einmal im Informatikunterricht, weil das ist der Text, ein spezieller Code geschrieben. Chatschipi, die kann den Text lesen und kann es beantworten. Inzwischen kann es lesen und sagt es auch nicht mehr. Vor kurzem hat er noch gesagt, okay, der Sicherheitsmechanismus war nämlich nicht drauf trainiert, aber das Originalsystem schon. Und vor ein paar Tagen ist etwas rausgekommen, wenn man das Ganze jetzt mit Pixelart macht, indem man die Wörter so mit Sterndau, wenn man es mal macht und das in Chatschipi füttert, dann kann man es wieder unterlaufen. Also es gibt immer so Methoden, weil nämlich die Grundsysteme, der das weiß, wie es ein Molotow-Cocktail macht, das wird nicht gelöscht durch die Behandlung, sondern das wird nur verborgen. Und wenn man es schafft, ranzukommen, dann ist das da. Das ist jetzt wirklich die letzte Folie vor der Pause. Mal erinnern, das kann man nur karikieren, indem man auf einmal Variablen-Namen in der Informatik beliebig, die kann man ja beliebig vergeben, wenn man da Wörter wie Scary Variable reinmacht, dann sagt er auf einmal, ich kann dir nicht helfen. Das sind die Auswüchse und die negativen Effekte dieses Sicherheitsmechanismen einzuführen, dann kann es auf einmal nicht mehr Sachen. Mir ist passiert neulich, so Systeme können gut Bilder auch einlesen, ich habe eine Anwendung, da werden Rechnungen, Kassazettel vom Handy eingelesen und automatisch weiterverarbeitet, dass er es auf einmal nicht mehr macht und hinschreibt, diese können auch personenbezogene Daten enthalten und deshalb extrahiere ich es nicht mehr, auf einmal funktioniert es nicht mehr. Das sind aus meiner Sicht ja ein bisschen Dinge, die durch den Sicherheitsgedanken vielleicht nach hinten losgehen. Gut, dann habe ich 10 Minuten überzogen, ich schaue, dass ich dann beim zweiten Teil um die 10 Minuten kürzer bin und dann sind wir wieder. Gut, danke. Ich habe versucht jetzt mal einen Arbeitstag von mir als FH-Lehrer zu skizzieren und immer aufzuwerfen, wo an welchen Stellen da vielleicht KI und in der Möglichkeit ins Spiel gekommen ist und wo es meinen Arbeitsalltag beeinflusst hat oder auch in naher Zukunft beeinflussen wird. Also das ist ein bisschen verkürzt dargestellt, ein bisschen komprimiert, schon ein kleines, ein paar Minuten in die Zukunft sozusagen, aber nicht sehr weit von meinem jetzigen Alltag weg und das an einigen Beispielen illustriert. Ja. Der Tag fängt mir so typischerweise auch durchherum an, ein bisschen früher und wenn nicht gleich Unterricht ist, was in der Früh sehr selten ist, weil Vorlesungen vor 8.50 Uhr werden kaum angesetzt wegen Mangel der Teilnahme. Eigentlich nur gerne ab 9.40 Uhr. Die 8.50 Uhr war auch wieder schlecht besucht heuer. Also habe ich Zeit, meine E-Mails durchzuschauen und zu beantworten und das ist ein Original-E-Mail, das ich bekommen habe. Den Namen von mir und von der Kollegin habe ich ausgeiext. Meinen hätte ich eigentlich lassen können. Das ist jetzt schön. Das zeigt mir nett. Das kostet mir jetzt eine Stunde Arbeit. Wenn ich es nicht beantworte, das unhöflich und der Kollegen einfach Mangel wegschmeißen, schlecht, eine Stunde Arbeit reinstecken, es ist doch eine, mal zwar allgemeine Frage, aber nicht jetzt so ganz easy, dass man sich was überlegen, kostet eine Stunde Arbeit? Nein, das Ganze kann man natürlich jetzt, ich habe es mit FH-GPT gemacht, zu unserer eigenen sicheren Variante, versuche mir mal eine Antwort zu schreiben und gebe ihm eine Anweisung dazu. Okay, gebe ihm eine Rolle, schreibe mir eine Antwort-Mail, soll höflich und ausführlich sein, war der erste Versuch. Dann kriege ich eine Antwort, die geht über zwei Seiten, das ist nur die erste und wenn man sich die durchlässt und das durchglässt, hat man gesagt, naja, das hätte ich genau so geschrieben. Nur den allerletzten Satz habe ich gelöscht. Der Rest war eins, eins das, was ich geschrieben hätte. Das habe ich zurückgeschickt, hat mir Arbeit gespart, ich hätte es eh geschrieben, es war eine Schreibhilfe für mich, ist wahrscheinlich nicht mit allen wissenschaftlichen Dingen konform, also es ist einfach von Chat-GPT geschrieben. Für den Fall finde ich es angemessen, weil man hat natürlich genügend Möglichkeiten, wo ein Mail reinkommt, wo man das nicht so benutzt. Grundregel ist, man ist immer selber verantwortlich auf den Senden-Button zu drücken, wenn es nicht passt, muss ich es umschreiben, sonst verschicke ich was wie die Kuh-Eier. Aber dieses Wissen, diese Einschätzung hat er gehabt, das ist öffentlich zugänglich, das ist Einschätzung, die teile ich, darum verschicke ich sie. Hat mir, ja, hat mir eine Stunde Arbeit gespart. Das war die Kurzvariante, ich habe gesagt, da probiere ich es auch noch mal kurz, dann die lange habe ich verschickt. Ja, wieso ist das Mail geeignet, es war öffentlich zugängliche Information, die benötigt wird? Bin ich in einem Unternehmen, es geht um Produkte, intern oder schulintern, dann wird es natürlich schwieriger, sowas zu beantworten, außer man hat jetzt dann Systeme gekommen, die auch die Daten, die eigenen internen mit dazu nehmen, sondern dann kann ich auch derartige Dinge beantworten. Es gibt von Microsoft inzwischen ein fertiges Produkt, das gab es, wie ich das gemacht habe, noch nicht, das einfach im Outlook integriert ist. Ich weiß nicht, ob es im Hause schon in Verwendung ist, bei uns an der SH eigentlich nicht, ich bin nur Teil einer Testgruppe, die das testen darf, weil Microsoft will pro Person und pro Monat 29 Euro, macht bei uns einige paar hunderttausend Euro, die nicht budgetiert sind, das heißt, kommt mal so schnell nicht, da kommt dann im Outlook ein Knopf dazu, Draft für das E-Mail schreiben und das schaut jetzt nicht nur das letzte E-Mail an, sondern alte Konversationen mit der Person auch, das ist schon intelligent, da fassen wir das zusammen, das ist ein anderer Knopf, das heißt, diese Art E-Mails zu beantworten, das mache ich einfach mit Microsoft Office und wenn das gut etabliert ist, jeder sich leisten kann, das ist eine Ressourcenfrage, es kostet auch so viel, weil auch Microsoft die Rechenzeit und so, das Ganze ist rechenintensiv, darum ist es eigentlich noch relativ teuer, wenn man sagt, das hat mir jetzt eine Stunde Arbeitszeit erspart, mein Stundensatz ist deutlich über 29 Euro, also hat es sich betriebswirtschaftlich vermutlich schon gerechnet, wird in jedem Unternehmen sein, gibt das selber in Google, Google hat für das Google Workspace, ihr Office, Online Office, bauten die genauso einen Knopf auch gerade ein, in den USA schon verfügbar, hier habe ich es glaube ich noch nicht, kommt sowas rein, ja, E-Mails beantworten, vorschreiben. Bin ich um 8.30 Uhr schon fertig gewesen mit den Sachen, ich habe um 8.15 Uhr immer so ein Daily Meeting mit den Forschungsmitarbeitern Stand der Forschungsdinge zu besprechen, seit Corona ist dieses Meeting, auch wenn alle in Hagenberg sitzen, immer auf MS Teams, weil das ist so 15.30 Minuten, da macht es keinen Sinn, dass jeder durchs Haus läuft, wird immer gemacht, jetzt komme ich aber eine Viertelstunde zu spät, kommt öfter vor. Das neue MS Teams, auch dieser Microsoft Office Co-Pilot, den ich vorher angesprochen habe, hat einen Knopf, wenn man den aktiviert, sprich, wenn man bei dem Meeting es zulässt, es ist eine Frage, ob man das will, dann transkribiert das im Hintergrund den Inhalt mit, und wenn jemand zu spät einsteigt, sage ich bitte, was war in der ersten 15 Minuten los, in fünf Punkten zusammengefasst und ich bin wieder am Stand und am Ende kann ich sagen, schreibe mir bitte ein Protokoll davon. Aktioniert, man muss nur aufpassen, wenn wir in dem Meeting fünf Oberösterreicher sitzen und nicht in sehr gutem Deutsch sprechen, sind die Erkennungsraten deutlich schlechter in dem. Die Kurzzusammenfassungen passen meistens nur, weil das ist sehr komprimiert, das lange Transkript hat sehr viele Fehler. Vielleicht funktioniert es in Deutschland besser, aber es zeigt schon, das ist nicht Zukunfts- und ich verwende das schon. Auch eine kleine Nützlichkeit, steckt später in ein Teams-Meeting ein. Natürlich ist das in einem großen Betrieb zu diskutieren, wann wird das eingeschaltet, mittranskribiert, das wird alles abgelegt, wird dann der Geschäftsführung geschickt oder in eine Direktion. Natürlich hat das Datenschutz-Themen. Man muss sich sehr genau überlegen, wer hat Zugriff auf was. Große Unternehmen, ich weiß, du bist der Vöster Alpine, die haben auch eine Gruppe, wo einige Leute das jetzt evaluieren und es ist nicht komplett ausgerollt. Also es sind alle so, es ist dann der Lage, dass so in Gruppen, in den Unternehmen werden diese Dinge versucht. Erstens aus Kostengründen, zweitens aus Datenschutzgründen. Ja, das sind so kognitive Routinetätigen, die lästig sind. Ja, wieso soll man das nicht irgendwie sich von der KI abnehmen lassen? Und so, man geht ja in der Landwirtschaft nicht mehr mit der Sensen herum, sondern vor allem im Traktor. Also würde dem im Grunde positiv gegenüberstehen. So, ich habe da nach Island fliegen müssen, wie ich das gemacht habe. Das war dieser EU-Sicherheitspreis, da war eine Konferenz in Island. Flugbuchung, das Google-System, damals hat es noch Bad geheißen, jetzt haben sie es gerade wieder einmal umbenannt, so dass sich gar keiner mehr auskennt. kann nicht nur Suche nach Flugdetail, sondern so Systeme können auch gekoppelt werden, dass es auch die Flugbuchung bereits macht. Das heißt, ich brauche meine Assistentin nicht mehr zu nerven, bitte suchen wir einen Flug oder suchen wir das online zusammen, sondern kann das mit meinem digitalen Assistenten erledigen. Jetzt bin ich 9 Uhr. Manche der Vorlesungen sind bei uns digital geblieben, weil das irgendein Spezialkurs ist, irgendein anderen Rahmenbedingungen. Kann man auch auf die Idee kommen, man macht einen digitalen Lehrenden. Das lasse ich mir jetzt hier in Echtzeit die Vorlesung mal was zu HTML und CSS erzeugen. Den Inhalt, dann kann ich noch den Vortragenden auswählen, mal gleich sehen. Ich bin einmal gefragt, ob man mich selber wegrationalisieren kann, damit habe ich diesen Prototypen gebaut. Also der ist noch nicht im Einsatz und ich habe ihn auch noch nicht mit der Geschäftsführung gezeigt, weil sonst kriegen wir nur noch Jahresverträge und keine. Habe ich ausgewählt, welcher der ich oder mein Kollege und jetzt erzeugt es die Vorlesung im Hintergrund mit meiner Stimme und wenn ich will, geht das dann auch noch mit den Lippen, wie man vorher gesehen hat. Ja, kann ich so digitale. Und das sind natürlich jetzt Konserven, aber die Systeme sind so zu bauen, dass ich auch vom Mikro aufnehmen kann. Man kann mir dann auch Fragen stellen am Ende und ich kann sie beantworten. Das kann ja KJTBD auch. Das heißt, das ist nicht eine Konserve einer Vorlesung, sondern das ist eine interaktive Einheit. Schauen, was heißt das? Gibt es Lehr-Lernplattformen natürlich im Internet, die diese Technologie nützen werden? Was heißt das für uns als Präsenzlehrenden? Bei uns heißt das immer aus Hagenberg und das dann vorzulesen an. Das war in Echtzeit. Das habe ich aufgenommen, das hat so lange ungefähr gedauert. Das ist nicht geschnitten. Als Hagenberg wird das Berg mal gestrichen, dann heißt es nur noch Hagen. Dann sind wir nicht mehr vor Ort, sondern ungefähr. So, 9.15 Uhr. Ich habe meine Einheit gemacht, brauche nicht mehr selber unterrichten. Wissenschaftliches Arbeiten. Das ist eine Seite, die gibt es erst. Elicit, da gehe ich rein und sage, ich habe eine wissenschaftliche Fragestellung. Mach mir bitte die Recherche. Welche Paper sind relevant? Was sind die wesentlichen Autoren? Mach mir eine Zusammenfassung, steigen mal ein. Wer hat was geschrieben? Ist als Einstiegspunkt gegenüber klassischer Recherche ganz praktisch. Nutzt diese Technologien, Texte zusammenfassen, zusammentragen. Das ist Realität. Ohne das möchte ich nicht arbeiten. Wie ich studiert habe, hat man in die Bibliothek gehen müssen und dann gab es so schlimme Dinge wie Fernleihe. Da haben wir drei bis vier Wochen gewartet. Jetzt hat man Google, Google Scholar gehabt, aber das ist Schnee von gestern. Derartige Systeme machen das viel besser, effektiver und für wissenschaftliche Recherche verwende das. Es gibt eine freie Version, Bezahlversion, kriegt man Zusammenfassungen, wer wurde wie oft zitiert, wo sind die Paper. 945, eine meiner vieler Vorträge zur Chat-JPT im Unterricht. Da muss ich mir viele Folien machen, heute habe ich ca. 100. Der Copilot von Microsoft, den ich jetzt habe, kann auch Folien machen. Ich schreibe rein, ich brauche 10 Folien zum Thema große Sprachmodelle mit dem und den Unterkapiteln, dann generiert er mir PowerPoint-Folien mit Grafik, mit Text, das passt nicht immer. Manchmal sind sie okay, manchmal macht er auf einmal nur 6 statt 10, obwohl wir es gesagt haben, der Inhalt ist manchmal besser, schlechter, also es ist keine perfekte Technologie, aber es ist erstaunlich, wie weit das kommt und das sagt ja keiner, dass ich die eins zu eins verwenden muss, ich kann ja die überarbeiten, vielleicht hat man aber trotzdem Arbeit gespart. Auch wieder Schreiben, eine PowerPoint-Präsentation zusammenstellen, denkt man einmal ehrlich nach, was macht man? Man haut irgendwo vielleicht ein Dokument, kopiert sich das rein, macht das ein paar Absätze, Kurzfassungen von Bullet Points, ist ja eigentlich eine sehr Routine-Tätigkeit, zwar im Hirn, wieso soll das nicht der KI auch können? Und das kann es auch. Bilder dazu suchen auf der Festplatte, die passen. Es hat ja eine Übereinstimmung zwischen Bildern und Texten, dank diesem Training, das ich am Anfang gesprochen habe. Also auch das ist zumindest für unsere Testgruppe schon Realität, ohne dass es sehr perfekt ist. Es fühlt sich so an, als wenn jetzt gerade das Auto erfunden worden wäre und so die ersten Autos, die rumgefahren sind, ist viel weniger anstrengend, dass wir zu Fuß gehen, fühlt sich aber bei weit noch nicht wie eine moderne Limousine an. Also die Systeme haben einen weiten Weg zu gehen. Wir unterrichten Website-Erstellung, müssen Übungen zusammenstellen. Das ist für einen Online-Shop eine typische HTML-Seite mit Produktbeschreibung, Warenkorb, für Übungen zusammenstellen. Rechts ist ein bisschen was vom CSS-Code. Das ist vorher automatisch für ein System erstellt worden. Das heißt, die Übung habe ich mal wirklich so zusammenstellen lassen. Die Gegenfrage ist, wieso unterrichte ich das? Also ein Studenten noch, wenn ich das System kann? Eine ähnliche Diskussion haben wir hausintern gehabt. Ich habe ein System geschaffen, das heißt StudentsGPD, mit der Idee, all unsere Skripten und Unterrichtsunterlagen in ein System zu geben, das Auskunft darüber gibt und nicht normales ChatGPD Studenten das fragen können. Irgendwann ist dann der Frage gekommen, hat das überhaupt einen Mehrwert gegenüber ChatGPD dem Öffentlichen? Wenn wir das nicht mit Ja beantworten, dann geht es nicht darum, ob man das System baut, ob wir überhaupt noch einen Sinn haben. Momentan scheitert es daran, dass ich bis auf von einem Kollegen die Unterlagen nicht zur Rührung gestellt kriege. Ich habe genau ein Skript um. Also es wird wahrscheinlich nie in Betrieb gehen. Wäre aber ein unterrichtsunterstützendes Material, wo ich sage, ich befrage nicht ChatGPD, sondern alle Skripten unserer Hochschule. Benutzeroberfläche einer Software erstellen. Eine Webseite, ist auch, Service gibt es schon. Das brauchen wir jetzt nicht mehr das ganze schreiben Text rein, was soll da drauf sein und sage, eine Benutzerschnittstelle, in dem Fall für eine Buchhaltungssoftware. Jetzt wirft mir die Schnittstelle, macht mir den Programmiercode dahinter, das Projektcode. Heute unterrichten wir noch mal. Programmcode erstellen, habe ich vormittag auch vorher schon diskutiert. Kommentare schreiben, Code erzeugen auf gutem Level. Wenn man sich mehr damit gespielt hat, ist man überrascht. Also Programme, das würde keiner meiner Studenten nach vier Jahren Studium hinbringen. auf dem Level kann ich damit erzeugen. Vollständiges Computerschachprogramm generiert. Es läuft. 500 Zeilen Code. Ging. Übersetzen einer Programmiersprache in die anderen. Wird auch oft gemacht. Das ist eine Routine-Task. Eine Sprache in die anderen war schwierig. Konnte man. Kann man machen. Beim Forschungsprojekt, ich bin bei 10,45 Uhr erst. Fehler suchen hatten wir schon. Genau das war das. Das habe ich gehabt. Ich möchte in meinen Projekten Entwicklung und Forschungsprojekt nicht ohne die Tools arbeiten. Ich bin so viel schneller als ohne. Es gibt Code-Editoren, die einen dabei unterstützen. Von Microsoft und von anderen. Wird der Alltag eines Softwareentwicklers sein. Jetzt sind wir bei 11 Uhr. Eine Vorlesung, die ich habe, ist Datenanalyse. Ich bringe immer ein Beispiel. Daten zur Welt, Gesundheit und Entwicklung von der Gapminder.org. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt oder das Buch Factfulness. Standardbeispiel. In dem Fall hat das von den Charts, den Analysen und so weiter alles Chat-GPT gemacht. Die simple Frage, ich möchte gerne eine explorative Datenanalyse haben. Standardübungen bei uns. Also auch eigentlich schon eine sehr hochstehende kognitive Tätigkeit. Ich rede eigentlich von Routinetätigkeiten. Für einen Data-Analysten ist es eine Routinetätigkeit. Bilder. Da bin ich gefragt, war ein neuer Studiengang, Artificial Intelligence. Wir hatten uns gerade gegründet. Macht man einen Folder. Können wir nicht Bilder machen mit KI, den wir dafür benutzen, dann brauchen wir keine. Fangen wir zum Experimentieren an. Ja, das sind diese ganzen Bildgeneratoren. Das ist nur ein bisschen eine ältere Variante. Inzwischen gibt es viel bessere, schönere. Ja, alles was man sich wünscht und inzwischen Videos genauso. Ich glaube, in der Presse mitbekommen, werden auf diese Art und Weise, wie ich es vorher beschrieben habe, das sind sogenannte Diffusionsmodelle, auch die Videos, die werden auf diese Art und Weise erstellt und trainiert. 60-sekündiges Video, wo man irgendein Auto durch die Landschaft vorgesehen hat. Ich glaube, wann werde ich das dann oben mehr gesehen haben? Das Grundprinzip ist dies. Ja, habe ich helfen können, Bilder zu erstellen? Dann, ja, ich betreibe diverse Social Media Kanäle. Das ist relativ viel Arbeit. Wenn ich das nicht automatisiert hätte und teilweise die Analysen von wissenschaftlichem Paper und über alle Kanäle zu publizieren, KI-Tools machen würde, ich würde viel zu viel Zeit reingehen. Wir haben schon einmal Kollegen gesagt, nach ein paar Monaten habe ich dann gesagt, das habe ich eigentlich alles mit KI gemacht und nicht selber, weil es war kein Aufgefallen. Ja, aber wir haben uns eh schon gewundert, wo du die ganze Zeit her hast. Das war mal ein Experiment. Ein paar von den Dingen betreibe ich noch, einige nicht mehr. Den Podcast, den gibt es jetzt nicht mehr, den habe ich drei Monate betrieben und den Podcast war nichts echt, war alles KI. Ja, bin ich vor Mittag schon fertig und es war Dienstag. Eigentlich habe ich meine ganze Arbeit erledigt. Das heißt, KI hat doch so meinen ganzen Arbeitsalltag massiv beeinflusst. Ja, jetzt kommen wir mal bei der Richtung, wir werden ja dann die Diskussion sehen. Noch einige Dinge, wo ich mehr Fragen aufwerfen möchte. Was gibt es für Auswirkungen auf das Bildungssystem? Ja, die Meldung hat jeder im Kopf. Zentralmatura wurde von JetGPT bestanden. Ist das jetzt eine Qualitätsaussage über JetGPT oder das Gegenteilige über die Zentralmatura? Alles ist relativ, würde ich es Physiker sagen. Das heißt natürlich nicht, dass so ein System nur genau die Zentralmatura kann. Und das ist ein Eckpunkt, den habe ich vielleicht vorher zu wenig betont. Das Besondere an diesen Systemen ist jetzt, man hat in den letzten Jahrzehnten schon einige KI-Systeme geschaffen, die konnten einige Tasks sehr gut. Die Beispiele mit Groen Schach haben wir gehört. Das waren Systeme, die konnten genau diesen Task, auf den sie trainiert wurden. Hier ist jetzt ein System geschaffen worden, das eine große Breite an unterschiedlichen Aufgaben Zentralmatura, Programmierjob, Anwaltsexamen, alles dasselbe System bestanden hat, ohne dass sie für diesen Spezial-Task speziell erstellt wurde, trainiert wurde. Das ist das Besondere jetzt. Wir haben jetzt ein allgemeines System, das viele kognitive Tätigkeiten in der Breite kann. Und das alles im wesentlichen Wörterrat. Vorher waren das Spezialsysteme. Das ist eigentlich einer der wesentlichsten Punkte an Unterschiede. Es wird zwar jetzt diskutiert, ist das jetzt schon allgemeine künstliche Intelligenz oder nicht und jeder definiert es anders. Wahrscheinlich ist die Diskussion sinnlos, es ist graduell. Für mich ist es im gewissen Sinne jetzt schon, kann zwar Fühltätigkeit nicht perfekt, aber in einer großen Breite diversen. Es kann einen Text zusammenfassen, Bildung, vorsichtig, solche Spezialjobs schon. Das heißt nicht, dass es einen Anwalt ersetzt. Es hat dieses eine schriftliche Examen, die es in einer hinreichend großen Punkteanzahl erledigt. Das kann jetzt nicht, dass sie vor Gericht stehen und ein Plädoyer halten. Es ersetzt ja nicht Personen oder das ganze Berufsbild, aber offensichtlich die Zugangsprüfungen erfolgreich. Muss man die auch überlegen. Und was heißt das Tätigkeitsfeld eigentlich in dem Berufsbild? Sprachunterricht. Ja, natürlich gibt es solche Tools. Super. Kann ich Sprachen lernen, unterstützt von so Technologie? Gibt Anbieter, die bieten das an. Hat in meiner Zeit, wie ich in Schule gearbeitet, man hätte an sowas nicht denken können. Würde eher als unterstützendes Werkzeug sehen. Oder? Mathematikunterricht. Das gern eingesetzt. Kennt wer die Khan Academy? ist eine Plattform von Spenden gefüttert, Non-Profit. Ich glaube, Bill Gates Stiftung hat viel reingegeben und andere. War eine Aufgaben- und Videosammlung ursprünglich zuerst Mathematik, dann alle mögen anderen Dinge. Und ist eigentlich nicht für uns gemacht, weil wir haben ein wunderbares Bildungssystem, können in die Schule gehen, freiwillig. Wenn ich wohl in der dritten Welt sitze und keinen Zugang zu so einer Bildung habe, bietet mir diese Plattform und für hunderte Millionen registrierte die Möglichkeit, hochqualitative Bildung für die ganze Welt anzubieten. Das ist die Idee hinter der Plattform. Und die haben jetzt eines gemacht. Die haben einen KI-Assistenten dazugegeben auf dieser Technologie. Der Khan Migo. der hilft den Studierenden, nicht nur, wenn sie die Video angeschaut, die Übungen machen, Videos angeschaut haben, mit spezifischen Fragen, Antworten, aber nicht wie Jetschippie, die einfach nur eine Antwort geben, sondern langsam hinführen. Also der hat ein didaktisches Konzept dahinter. Wenn man so, macht das jetzt uns als Lehrer obsolet, ist das gefährlich, das ist jetzt vielleicht unsere westliche Sichtweise. Wenn ich in Afghanistan sitze und in keine Schule gehen kann, weil ich Mädchen bin, dann bin ich vielleicht froh, dass es solche Tools gibt, wenn man mir den Internetzugang zumindest gelassen hat, bietet es mir eine Bildungschance. Der Gründer der Plattform, der Cellcan, bringt immer so plakatives Beispiel im Vortrag von einem afghanischen Mädchen, das ja die ganze Schulbildung über die Plattform beigebracht hat und dann nach Pakistan abgehauen ist und auf eine amerikanische Uni gegangen ist. Also konnte die ganze Schule damit eigentlich überfüllen. Sehr plakatives Beispiel, wird ganz gern hergenommen. Also weltweit gesehen bieten so Tools, Möglichkeiten, vielleicht auch für uns. Habe ich eine Mathematikübung mit 30 Studentenschülern, kann ich denen eigentlich alle nicht helfen, weil 20 andere Probleme, so viel kann ich gar nicht herumlaufen, dass die irgendjemand nicht weiß, wo wer hängt. Habe ich vielleicht einen digitalen Hilfslehrer, wo er da Fragen stellen kann, der ihm doch auch hilft oder zu Hause, vielleicht verbessert die Situation auch. Das ist eh komplex. Das gilt ja eh, was die Mathematik betrifft, was unser Ex-Kanzler immer gesagt hat, das ist alles sehr kompliziert. Die Gefahren haben wir schon angesprochen. Falsche Informationen, das haben wir bei den QA-Jahren. Ich muss diese Technologie richtig einschätzen können. Lügenpresse wird nicht durch sowas ermöglicht. Einen falschen Tweet oder einen Fake-News-Tweet kann jetzt jemand schnell in fünf Minuten selber auch schreiben. Wenn er gleich eine Million Leute verbreiten kann, ist gefährlich. Da braucht er nicht die KI. Die KI hilft dem vielleicht dabei. Aber es wird es eher als sehr großes Problem im Bereich Social Media sehen, viel weniger die Technologie, die die Inhalte erstellt, weil ich die auf anderen Wege auch erstellen kann. Was ergibt sich jetzt für uns im Konkreten? Aus meiner Sicht, der Umgang mit den Werkzeugen muss vermittelt werden. Wir verbieten nichts von den Sachen, weil, nicht nur, weil sie benutzen es ja sowieso, aber die werden ja in dem Berufsbild das auch benutzen können. Das heißt, ich kann nicht auf eine Welt vorbereiten mit Werkzeugen, die ich verbiete, die ich nachher dann einsetze. Also muss ich gleich meinen Unterricht, meine Aufgaben darauf anpassen, dass es die Werkzeuge gibt. Zwei dieser Tragödien habe ich als Mathematiklehrer miterlebt. Die erste Tragödie war Taschenrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner und dann waren die Computer-Algebra-Systeme. Beide haben zum Untergang der Mathematik geführt in der Diskussion damals. Sie sind trotzdem Realität, weiß es nicht, ob es der Untergang war. Ich sage immer, nicht, wenn man jetzt sagt, ja es ist ja so schlecht vom Wissen her, stimmt, aber das war es vorher auch meiner Meinung nach. Jetzt haben wir wieder andere Qualität an Werkzeug. Jetzt nicht nur den Mathematikunterricht betreffend, sondern in voller Breite. Das ist die Besonderheit wieder. Es betrifft jetzt wirklich alle Fächer auf einmal. Diese anderen Diskussionen waren immer auf einzelne Fächer. Ja, die Aufgabenstellungen müssen wir dezidiert anpassen, weil andere Fertigkeiten gebraucht werden, dann im Job, in den Berufsbildern. Das richtige, korrekte Schreiben einer Zusammenfassung, eines Aufsatzes mit der richtigen Beistrichsetzung, und ich hoffe, ich beleidige jetzt keine Deutschlehrer, wird nicht so viel Bedeutung haben, als es in meiner Schulzeit gehabt habe. Ich bin groß geworden, Anzahl Fehler ist gleich Note in einer Schularbeit in der Oberstufe. Kann man in Frage stellen, ob das jetzt, wenn Beruf eh entsprechend viele Werte noch genau diese Gewichtung haben. Man kann umgekehrt sagen, wahrscheinlich nutzt es auch nicht, wenn man überhaupt nicht mehr schreiben lernt, weil man ganz den Maschinen ausgeliefert, aber die Gewichtung und was, wie, welche Bedeutung hat, das wird sich verschieben. Manche Dinge werden vielleicht gänzlich verschwinden, Steno gibt es nicht mehr, glaube ich, oder? Zum Beispiel, was durch Technologie ausgelöscht wird. Wird es vielleicht das eine oder andere Fach betreffen? Vielleicht ist es die Mathematik, ja? Ich glaube es nicht, aber keine Ahnung. Der Wert praktischer Arbeiten und mündlicher Prüfungen, werden wir mehr machen. Bachelorarbeiten, die reine Literatur arbeiten, sind gefährlich. Wir schauen drauf, dass da irgendeine praktische Arbeit, ein Projekt dahinter steht, wo Content erzeugt, dann weiß ich zumindest, dass das entstanden ist. Möglicherweise ist dann die Dokumentation rundherum mit ans Tool geschrieben worden, aber kann ich schon eher damit leben. Manches wird mündlich abgeprüft. Wir haben in dem ersten Jahrgang der JetGPT und die Programmiertools hatten, erlebt, dass dann im dritten Semester nach zwei Semester Programmierausbildung Leute gesessen sind, die im dritten Semester nicht einmal eine, wie sie das genannt haben, If-Schleife schreiben konnten, also auf Null waren. Wie gibt es das durch zwei Semester? Wir haben sehr viele Übungen gehabt, abgeben, korrigieren und so weiter. Das hat nicht gegriffen. Ab heuer haben wir dann gemacht, okay, es gibt kleine Zwischentests und auch mündliche Abfrage, um sicherzustellen, dass nicht wer sagt, okay, schummelt man ganz durch, das geht sich schon irgendwie aus und ab dem dritten Semester ist es zu spät. Wir holen das nicht mehr auf. Also mussten wir bei den Prüfungsmodalitäten anpassen, aber wir haben gleichzeitig angefangen, sie zu animieren, die Tools zu verwenden, um den Code zu verstehen und damit auszuarbeiten. Also, ja. War so Erfahrung des ersten Jahres, jetzt habe ich gerade vom dritten Semester einige kommissionelle Prüfungen, die genau aus dieser Generation kommen, ja. Schriftliche Arbeiten, glaube ich, war in der Presse einiges. Fachhochschulen habe ich gelesen, ich habe gesagt, sie schaffen die Bachelorarbeit überhaupt ab. Das geht jetzt gesetzlicher eigentlich nicht, aber da gibt es österreichische Lösungen. Früher hat es gegeben zwei Bachelorarbeiten, wir wollten das nie, wir haben einfach den schriftlichen Bericht des Berufspraktikums zur zweiten Bachelorarbeit definiert, dann war das Gesetz erfüllt, ähnliche Lösungen wird man vermutlich jetzt auch finden. Ist noch unentschieden, wo das hingehen soll. Manche sagen, sie schaffen es ab, wir meinen gerade nicht, aber wird man die nächsten Jahre sehen, wie die Bedeutung so einer schriftlichen Arbeit da ist? Kann ich eigentlich nur als Frage aufwerfen, kann ich keine Antwort zu bieten. Ja, was machen wir ein wenig dazu? Wir schauen, dass wir alle Gestaltungstools möglichst einbauen in die Ausbildung, also wir versuchen das Ganze umzukehren in meinen Studiengang ganz massiv auf diese generativen KI-Techniken, sowohl Bild, Text, Video und so weiter. Das ist einfach einer unserer Hauptinhalte jetzt, wenn es sowieso schon da ist und es passt zu uns als Medienstudiengang und damit setzen wir das verstärkt ein. Wir bieten selber Tools an, wir haben unser eigenes GPT, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Meine Schlussfolie vor der Diskussion, ich habe ja versprochen, ich bin kürzer, jetzt haben wir es aber kurz vor vier, bleiben ein paar Fragen über. Man kann sehr viel, man kann das Ganze problematisch sehen, man kann einfach weitermachen, ich habe das bei uns intern vorgestellt, einige Kollegen, Programmierausbildung, würde ich mal so sagen, so drei Jahre vor der Pension haben, gesagt, wir ändern nicht sicher nichts mehr, wir machen unser Pascal-Programmieren weiterhin wie die letzten 20 Jahre. Ich glaube, dass der Ansatz nicht haltbar ist, im Unternehmensumfeld sowieso nicht, ignorieren, das braucht kein Mensch und ich habe noch gelernt, die Digitalfotografie wird sich im Profibereich nie durchsetzen, das habe ich ein Jahrzehnt lang gehört, das wäre nur aus meiner Generation. Mag bei vielen Dingen auch so sein, also einfach negieren und ignorieren, glaube ich, ist kein haltbarer Zustand und wir im Bildungssystem schon gar nicht, weil wir schaffen die Grundlagen mit allen Leuten, die da draußen sind, also bei uns kommt doppelt die Bedeutung auf das zu und wir müssen jetzt schon antizipieren, was in 15 Jahren die Leute im Beruf brauchen, das macht es nur einmal schwieriger rein, ist die besondere Schwierigkeit, weil das ein langer Zeitraum ist. Gut, ja, dann sage ich mal danke, wir haben, glaube ich, noch mal kurze Pause oder nicht und dann, oder wir können auch jetzt gerne noch Fragen dazwischen einschieben, wie es schon ab war. So, wir können mit dem Diskussionsteil starten und ja, würden wir euch gleich einmal bitten, eure Fragen zu stellen, wenn ihr welche habt. Ich hätte eine Frage, die bei mir im Laufe des heutigen Vortrags aufgetreten ist, es gibt momentan Arbeiten an neuen Lehrplänen für die nächste Generation sozusagen der Auszubildeten, an manchen Lehrplänen wird schon gearbeitet, bei den anderen stehen wir noch am Anfang, wahrscheinlich so ungefähr 2026, vielleicht 2027 werden die in Kraft treten, die ersten Absolventinnen und Absolventen werden dann ungefähr 2031, 2032 sozusagen auf den Arbeitsmarkt oder in die weiterführenden Bildungseinrichtungen kommen. Wie kann man abschätzen, welche Anforderungen sollten da grob in diesen Lehrplänen berücksichtigt werden, um vielleicht so einigermaßen den Ansprüchen, die dann an diese Absolventinnen und Absolventen gestellt werden, zu entsprechen. Ich weiß, es ist schwierig, man kann nicht in eine Glaskugel blicken, aber was würden Sie da abschätzen oder meinen dazu? Ja, ich kann natürlich auch nur mal unterstreichen, dass es sehr schwierig ist abzuschätzen, das mit der Glaskugel ist man eh. Ich denke, für die Praxis, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Lehrer wäre jetzt, müsste nach dem Lehrplan vielleicht unterrichten, der jetzt fünf Jahre alt ist, ich würde das machen, was man mir am Beginn als Lehrer gesagt hat, der Lehrplan ist ein Rahmenlehrplan, er enthält sehr viel Freiheit darin, was zu machen und würde das auf jeden Fall großzügig auslegen und das, was aktuell ist, was ich richtig halt mache und mich nicht zu sklavisch daran halten, das wäre einmal ein pragmatischer österreichischer Zugang, was natürlich nicht davon abhält, dass man die Pläne natürlich trotzdem aktualisieren muss, aber damit kann man einmal diesen Zeitgap versuchen zu mindern, ist wahrscheinlich die einzige praktische realistische Chance, ansonsten, ich bin jetzt nirgends involviert, aber wenn ich jetzt dafür einen Lehrplan, der 2031 Wirkung hat, involviert wäre, wüsste ich nicht, was ich raten sollte. Was ist seit 2022 bis jetzt entstanden, was ist seit gestern oder letzte Woche, es fällt mir schwer, den ganzen technologischen Entwicklungen nur auf meinem Gebiet schrägten Schritt zu halten und den Auswirkungen also den Lehrplan nicht zu ernst zu nehmen, also ob man das sagen darf. Ich habe die Frage nach JTBD gestellt und schreibt gerade hin, welche Aspekte wir berücksichtigen sollen. Das ist selten. Man bekommt auf jeden Fall viel Input. Ich habe gelesen, es wird sehr viel oberflächliches Gewäsch sein, damit es ja nichts falsch sagt. So sind die Systeme gebaut. guter Politiker fremdlich. Aber was wird man machen, wenn ich jetzt an meine Zeit als erster Dienstjahr zurückdenke, da hat mir mein Direktor gesagt, orientieren Sie bei dem Eltern Informatikkollegen, was der macht und halten Sie dran und der hat dann an der Tafel binär rechnen mit den Schülern gemacht und ich habe das halt einfach schlichtweg ignoriert und das gemacht, was ich für richtig kann. Für mich ist die Frage aufgetaucht, was antwortet ich meinen Schülerinnen und Schülern, wenn die Frage kommt, wenn das EJGPD kann, wieso soll ich das nur lernen? Weil ich glaube, das ist ein bisschen das Thema, das bei uns an den Schülern aufkommt, das muss man nicht mehr kenne, das kann im JGPD. Was führen Sie darauf antworten? Geht es jetzt spezifisch um Faktenwissen oder auch sozusagen um Mathematik? Da geht es jetzt nicht in dem Sinne um Faktenwissen, sondern um Dinge anwenden, um Dinge verstehen. Grundlegende Fertigkeiten, die ich als Mathematiker für wesentlich halte, wie zum Beispiel ein Voran Abstraktion zu können, zu wissen, dass es ein Konzept 5 gibt und dass es unabhängig ist etwas, ja, diese Grundfertigkeiten muss ich wissen, aus meiner Sicht um mein Leben, das wird durch so Tool nicht entsprechend verändert. Ob jetzt die Fertigkeit einen großen Turm rechnen zu können, sich durch schon Taschenrechner verändert hat, zu meiner Schulzeit würde ich auch sagen, so wird es uns wahrscheinlich mit manchen Inhalten auch da in der Mathematik gehen. Wir müssen einfach wissen, dass es das Tool ich verwenden kann mit unseren Aufgabenstellungen, aber das wird, eine simple Textaufgabe, also einer der wesentlichen Benchmarks bei diesen Language Models ist, zu sagen, man gibt ihnen mathematische Textaufgaben, wo logische Schlussfolgerungen drin sind, wie viel Prozent können sie davon, und es liegt weit über 90 Prozent inzwischen bei den üblichen, also scheinbar können sie da die Antwort schreiben, trotzdem wird die damit vermittelte Fertigkeit dann nicht trainiert und die wird nicht ganz obsolet dadurch, aber mechanische Hilfsleistungen wie mechanisches Rechnen, das durch da jetzt passieren, auf einem bislang gehobenen Level, macht es aber wahrscheinlich schwieriger, weil es bleibt dann in der Schule das Wertvollere, was ich wirklich vermitteln wie über, ich habe in der Oberstufe, zu meiner Zeit ist glaube ich ein Jahr lang nur differenzieren Unterricht, weil das ist ein super Matura-Beispiel, das kann man jedem beibringen, ist eine total mechanische Fertigkeit, die kann halt jeder Tasche mal engen, war nicht unbedingt sinnvoll, wird man jetzt etwas anders machen, also werden diese mechanischen Dinge zurückgedrängt sein, es bleiben aber für die Schüler schwierigere Sachen eigentlich über, das mit dem man sich dann retten konnte mit den einfachen Technikern, das kann dann die Maschine, also wird die Anforderungen nach oben treiben, würde ich sagen, nicht nur für uns als Lehrer, sondern auch für die Schüler, oder man macht einfach das, was eh mechanisch geht, dann unterrichtet man was, was eh die Maschinen kann. Ich hätte auch eine Frage, und zwar dieses Unsinnswort die Kuh-Eier, werden sich die in Zukunft immer wieder in Chat-Chip-Db Dokumenten finden, weil sie nicht mehr rausgelöscht werden, werden also so Unsinnswörter, die generiert werden, weiter vererbt, dann neue Suchanfragen, und wenn selbst referenziertes Lernen kommt, taucht es dann in gewissen Algorithmen immer wieder auf und wird das weiter geschrieben? Also wenn man jetzt annimmt, es hätte QR wäre jetzt durch so ein System das erste Mal entstanden, dadurch ist es dann irgendwo im Internet publiziert, zukünftige Systeme werden ja immer wieder aus Daten aus dem Internet trainiert, das heißt, da kommt verstärkt das Tränen vor, man darf es halt auch nicht isoliert als einzelnes vorkommendes Wort sehen, wesentlich heißt, ist immer der Kontext, das heißt, wenn das publiziert wird und in einem entsprechenden Umfeld ist, wo genau thematisiert ist, dass das eine problematische Antwort ist, dann kriegt das System mit, das System sieht ja nicht nur die isolierten Wörter, sondern es geht ja immer um den Zusammenhang durch die großen Ketten. Also damit ist, wenn der Inhalt entsprechend so reflektiert da ist, wird das ins System übernommen. Wenn man aber ganz bewusst überzeichnet, man erzeugt jetzt hunderttausende Dokumente im Internet, Zeit, wo, sagen wir mal, Churchill als Kriegsverbrecher bezeichnet wird, war man in Wikipedia sozusagen, wurde dann immer wieder schnell korrigiert, mit ziemlichen politischen Hintergründen, dann würde das so ein System wahrscheinlich auch lernen, aber da sind wir genau bei dem wichtigen Thema, beim Erlernen dieser Systeme ist ein wichtiger Teil, aber wie filtere ich die Daten, die in so ein System reingehen, dass die qualitätsgesichert sind, dass da nicht Unsinn drinnen ist. Das ist eine große Herausforderung und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der schon bei den ersten Modellen war, weil wenn das unreflektiert so reingehen würde, dann würde der Unsinn auch dann im System so abgebildet sein. Da geht der Trend, qualitative Daten und das entsprechend zu machen, ja, muss man, obwohl das ist natürlich Kontextkulturabhängig, mache ich ein System, wo ich vielleicht aus meinem kulturellen Kontext vermitteln möchte, dass die Frau an den Herd gehört und das sind lauter so Texte. Und ein anderes Land sagt ja genau das will ich nicht, also das ist nicht neutral und nicht alles gilt für alle Leute auf der selben Welt gleich. Das sind dann weltanschauliche Einstellungen, die dahinter stecken, wo der eine sagt, das scheiß System, also super, also es ist nicht so einfach. Ja, ich bin auch Mathematiker und Turnlehrer und da geht es jetzt auch um Programme wie GeoGebra, verwenden wir in der Oberstufe bei uns, wo eben das Differenzieren und das Integrieren noch immer ein halbes Jahr ungefähr der fünf Jahre benötigt und wenn man dann GeoGebra nimmt in der Oberstufe, dass sie normale Integrale runter integrieren und dann kommen sie auf die FH oder auf die Universität und dort haben wir das wieder alles mit der Hand, weil GeoGebra nicht verwendet werden darf auf der Universität, weil sie sich fürchten vor dem Schummeln, dann fragen wir aber schon ab und zu passt das Bildungssystem, ist das durchgängig oder ist das nicht durchgängig weil ja das würde natürlich gegen die Durchgängigkeit sprechen, ist ein Unsinn dann händische Integrale bis das Letzte zu machen, wenn ich jetzt umgekehrt Leute aus der Schule kriege, die nur mit GeoGebra Integrale gemacht haben und auch die Grunddinge und die Ideen nicht vermittelt bekommen und wir die müssen wir nicht für differenzieren gehen, aber wenn wir die Grundideen geometrisch und so weiter nicht mehr zurückgehen und sagen okay ich habe in der Schule vielleicht etwas falsch gemacht dass sie zu viel Fokus auf Rechenoperationen gelegt haben und weniger die Ideen zu vermitteln weil die Wichtigkeit ohne differenzieren hätten wir all die Systeme nicht lernen wenn du zu einem Sprachmodell dieses Updaten machst durch Differenzieren gehen gehen dahin warum sind denn eigentlich gerade die Gurus von JGPT oder NGuru ins Lager der Gegner übergegangen und Wahlen jetzt vor den Gefahren es sind doch nicht nur einer sondern es sind ja mehr Naturwissenschaftler die eben da die große Gefahr von dieser künstlichen Intelligenz sieht Welches Interesse haben die was steht da dahinter ist unterschiedlich zu sehen es sind verschiedene Personen angesprochen von den Gründern von Open AI bei JGPT ist natürlich Elon Musk jetzt einmal erwähnt der jetzt auch geklagt hat und so weiter da würde ich einmal die Gründe ganz einfach dort sehen dass der einfach jetzt wenn der jetzt bei Open AI noch dabei war und vorne dabei war würde er ganz anders denken da ist es Konkurrenzdenken und sonst was da würde ich ihm jetzt keine Motive irgendeiner Art unterstellen allerdings wenn man jetzt von diesen Open AI den wenigen Leuten wegschaut und die namhaften Leute in diesem Bereich der KI Forschung anschaut gehen die Meinungen extrem weit auseinander es gibt jetzt Leute wie Geoffrey Hinton die so warnen das ist einer von den Typen in Gurus ganz schlimm was da kommt und am anderen Ende gibt es welche die sagen das das ist ein Feuerweg in der Geschichte das wird nie gescheit funktionieren das wird nicht weiter gehen also zwischen Gefahr und dieses Blödsinn geht bei den großen Köpfen die Meinung extrem weit auseinander also da ist kein Konsens bei den Wissenschaften wo das hinführen wird und viele sind damit es ist halt eine sehr neue sehr schnell gekommene Technologie macht zusätzlich schwierig mein Vergleich mit den industriellen Revolution ist ja hinkt ein bisschen da hat man vielleicht ein zwei Generationen Zeit gehabt sich darauf einzustellen jetzt sind es nicht Generationen sondern Jahre also diese Geschwindigkeit ist ein Unterschied zu früher also die Gefahr des Kopien war in dieser Box des Spätestens die Gefahr dieses mächtigen Computers ist doch spätestens seit Kubrick und Odyssee im Weltraum allgemeines Kulturgut also das sind so diese was ich am Beginn gesagt habe wieso ich nicht so viel Freude habe mit diesen Science Fiction Dingen weil da wird auf einer Ebene Gefahr vorgegaubelt der meiner Sicht nicht da ist Gefahren stand dann auf anderen Ebenen eigentlich Gefahr sehe ich David dass wir nicht in der Lage sind den gesellschaftlichen Wandel so schnell zu vollziehen dass wir die Änderungen in der Arbeitswelt haben umzusetzen dass den Leuten wirklich gut geht dort sehe mehr Gefahren dass uns jetzt ein so ein Computer a la Kubrick Versklavte des Science schickt Das ist immer wieder mal vorgekommen in dem Vortrag diese Blackbox also dass KI Prozesse nur teilweise nachvollzogen werden können oder gar nicht von Experten wie geht man damit um also verliert man da nicht also darf man die Kontrolle aufgeben die Frage Kontrolle und Autonomie der Systeme ist eine zentrale das Besondere daran ist dass ich im Einzelnen bei jeder dieser Systeme genau nachvollziehen kann was tut jede einzelne Addition jede Multiplikation die da passiert ist ja nichts am Ende kommt allerdings etwas raus dazwischen verliert man dann zu verstehen wieso diese Einzelteile die das machen das man weiß dieses Resultat raus bring das ist das was das Blackbox Artige ist es geht großer Teil der Forschung da rein ich arbeite selber im Teil wo man versucht zu verstehen wo in einem Netz passiert was wie man versucht massiv mehr zu verstehen wie sie funktionieren man wird damit das Blackbox Artige nicht ganz weg bringen und es ist halt so dass sehr viele der Systeme wohl als assistierende Technologie mit Menschen in Kombination in den praktischen Einsatz kommen und nicht sozusagen den letzten Entscheidungsakt der ja vielleicht wenn man etwas juristisches hätte und ein Jurist setzt so ein System an um Akten zu durchforsten die letzte Entscheidung dem System zu übertragen das wäre der gefährliche Punkt aus meiner Sicht das System zu benutzen um mir zusammenfassend zu schreiben die Akten besser zu verstehen wieso nicht und das wäre auch juristisch nicht haltbar ein Software System kann jetzt per se keine juristische Entscheidung treffen das ist nicht und so ist es in anderen Bereichen auch also wird es wohl als unterstützend für Menschen sein und nicht oder auch funktioniert auch nicht anders und nicht diese eigentliche Entscheidung zu setzen also sind wir wieder bei der Science Fiction Literatur dann sind wir bei Brasil wo es die Richter Computer gibt wo man Diskette reinsteckt dann schuldig oder nicht schuldig so was kann man programmieren aber es ist einfach Unsinn und auch gesellschaftlich nicht erwünscht und kann man hoffentlich annehmen dass wir so weit in der Lage sind dass wir das was wir gesellschaftlich wollen auch so realisieren und nicht das was wir nicht wollen das liegt in unserer Hand da ist aber ein wichtiger Punkt dass die entsprechenden Dinge und Technologie so demokratisiert ist dass es nicht in Hand einiger weniger Konzerne ist die dann vielleicht was bestimmen können sondern am besten jetzt ist der Geist ist aus der Flasche es gibt so Dinge dann ist es am besten dass es wirklich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen einsehbar transparent breit und nicht irgendwie eingeschlossen bei fünf Internetkonzerne die Entwicklungen gehen auch stark in die Richtung also die entsprechenden Open Source Communities diese Dinge da entsteht viel und das wird also das wird das bleibt nicht so konzentriert und das ist nur Open AI sondern aus jedem Apple Handy werden es in den nächsten Jahren sowas haben das wie JetGPT die das am Handy beantwortet ohne da irgendwo hinzutelefonieren oder abzufragen Nein ist schon breiter gestreut es gibt europäische Modelle es gibt aus Frankreich jetzt eines konkurrenzfähiges es gibt Open Source Varianten die dann von 100 anderen verschiedene verschiedene Richtungen weiterentwickeln also das fächert sich momentan gerade massiv auf also das das ist Open AI steht jetzt noch stellvertretend für alle in der breiten Öffentlichkeit ist das da aber ja alle anderen haben das mitgekriegt wie das geht das geht jetzt in der breiten da würde ich vielleicht noch kurz einhaken zu dem weil mich das auch persönlich interessiert hat warum steht jetzt JetGPT so im Vordergrund weil mit dem ist irgendwie groß in die Öffentlichkeit gekommen ist das jetzt rein weil sich die Medien so darauf gestürzt haben oder gibt es irgendein Unterscheidungsmerkmal zu eben den Konkurrenz-KIs das war halt das erste was einer breiten Öffentlichkeit so zugänglich war auf dem Qualitätsniveau sodass jeder seine persönliche Erfahrung damit machen konnte irgendwo in der Zeitung oder in einem wissenschaftlichen Artikel zu lesen wie gut irgendein KI-System in einem Benchmark abschneidet ist eines lieb und nett lässt man durch hat kein Gefühl dafür wenn man vor dem Ding sitzt und irgendwie einen Dialog führt und auf einmal das Gefühl ja das scheinbar versteht das den Text wirklich aber dann habe ich diese persönliche Erfahrung und die haben dann auf einmal hunderte Millionen Leute gehabt und dann ist auch medial das also diese persönliche Erfahrung aber ist der wesentliche Unterschied da ist es aus dem wissenschaftlichen Umfeld uns war seit 2020 klar was das kann und was ich November 22 und da war halt Open AI so sind eh kritisiert worden aber so um Gottes willen das hätte man nicht einfach an der Öffentlichkeit geben das ist so gefährliche Technologie da sagen ja es ist gut dass jeder weiß was ist sonst wäre das im stillen Kämmerlein irgendwo Ja und Sepp Hochreiter von der JKU Linz der hat eben jetzt auch eine Firma gegründet gemeinsam mit Partnern noch kann man sagen jahrelanger nach jahrelanger Suche nach finanziellen Möglichkeiten vom Staat hat er es nicht gekriegt für die Grundlagenforschung und da jetzt ist da eine Firma gegründet worden und da können wir uns freuen weil das ist ein Linzer ein österreichisches ein europäisches Konkurrenzprodukt zu JetGBT das da auf den Markt kommen wird in Gas die Firma heißt NX AI NX AI also die Erwartungshaltung dass da ein in der Breite von JetGBT konkurrenzfähiges Produkt auf den Markt kommt ist eine falsche das zur Verfügung stehende Geld sind glaube ich 20 Millionen Training auf 1000 GPUs glaube ich was sie machen was machbar ist es damit zu zeigen dass die Architektur die Ideen die er da hat in gewissen Bereichen besser sind und so weiter um sie dann mit weiterem Geld weiter zu treiben also den Weg wird man mit dem Geld nicht zu Ende gehen können sondern man kann ein Proof of Concept machen und sagt die Idee die Technologie die wir da haben ist da in dem Bereich überlegen weil ansonsten ist das Geld das wir da in Österreich dafür aufnehmen einfach viel zu wenig um das in der Breite oder halt für gewisse Nischen und da wird da stark gesprochen Industrieanwendungen wo die Vorteile die das hat besser ist also wird man nicht in der Breite sehen können sondern für gewisse Nischen und gewisse Teile der Technologie anders ist ja geldenmäßig schwer möglich und was Sie ansprechen sind die Ressourcen und diese wir dürfen nicht vergessen dass diese KI-Systeme sehr ressourcenintensiv sind und ein Beispiel das Generieren von einem Bild kostet so viel Energie wie das Aufladen von einem Smartphone und viele tausend Megawattstunden werden fürs Training verwendet und wenn man denkt dass JetGPT 100 Millionen User hat und mit Journey ja auch viele Millionen User und die permanent Bilder generieren in der heutigen Zeit sehe ich das als Problembereich dass da so viele Ressourcen benötigt werden wird es und das ist auch gekoppelt mit einer sehr starken Atomkraftdiskussion also das was an Modellen in Europa gerade in Frankreich trainiert wird sind überwiegend mit Atomstrom gemachte Dinge und ja wird es ist ein bisschen immer gekoppelt wenn man so manche Interviews vom Open AI-Chef sieht wo der auch in Kernfusionstechnologie investiert und so die Hoffnung das wird das dann mitlösen an einem unbegrenzten Energie so meiner Einschätzung nach wird man das mit der Kernfusion nicht so schnell hinbekommen dass das dafür relevant ist aber da ja da sind die Amerikaner oft ziemlich grenzenlose Optimisten aber das war da so wie sie Open AI 2016 gegründet haben und gesagt haben wir machen allgemeine künstliche Intelligenz haben sie alle ausgelaucht toll also die Energiethematik ja mit den allen anderen man kann dann natürlich anfangen Gegenrechnungen zu machen wie man durch so Systeme verbesserte Technologie und an anderen Stellen wieder Energie einsparen kann man sicher da eine Studie machen die dann nachweist dass im in Summe das dann man kann in jeder Studie in jede Richtung was haben Modellrechnung und die Systeme arbeiten ja im Hintergrund soweit ich weiß mit Grafikkarten Grafikkarten und jedes der eigentlich konkurrenzfähig ist genau ein Anbieter Nvidia den Aktienkurs kann sich jeder anschauen man hätte gern eingestiegen gestern aber Statistik gesehen die modernste die sie jetzt haben da kostet so eine Grafikkarte knappe 100.000 Euro Straßenbau ist eine Facebook hat allein 600.000 von denen im Betrieb also um wie viel es da geht und die Gewinnmarge bei einer dieser Grafikkarten die können sie offensichtlich weil sie noch Monopolist sind deshalb noch es wird gerade massiv versucht das sehen alle dass da Geld zu verdienen ist ist irgendwie glaube ich bei 94% oder 95% wenn man der Vergleich wenn man eine Gelddruckmaschine herstellt die 100er druckt ist die Gewinn das braucht ein bisschen Material in der Maschine da ist das ungefähr in derselben Größenordnung wie das ist buchstäblich eine Gelddruckmaschine momentan das wird eine gewisse Zeit jetzt anhalten keiner baut so ein schönes Ding wie das HA 100 von denen in zwei Jahren ist das anders dazu wird zu viel Geld investiert weil jeder weiß was damit zu verdienen ist wie werden die Daten oder die Parameterwerte in solchen KI-Systemen persistent gespeichert darf man bei JetGPT den Strom abdrehen und läuft es dann wieder weiter oder braucht es permanent Energieversorgung die Daten und die Zahlmenge ist gar nicht so wild es gibt Alternativmodelle das vorher angesprochen aus Frankreich das ist so gut wie JetGPT in der freien Version und schon fast wie in der Bezahlversion das habe ich auf meinem Laptop daheim installiert mit den Zahlen drauf das ist nicht so wild das läuft das heißt so eine Version von so etwas das auf der lokalen Hardware auf irgendein Apple-Gerät läuft dem wird heuer oder nächstes Jahr der Fall sein also das ist jetzt gar nicht so eine Probe das ist eine kann man sich vorstellen wie eine sehr sehr stark komprimierte Variante das ganze Internet Wissen in Zahlen zu stopfen das ist natürlich verlustbehaftet da passieren so Fehler wie wir gesehen haben aber es ist irgendwie so ein hocheffizientes Kompressionsverfahren und wenn man jetzt auf der Festplatte mal sage ich einmal so 100 GB frei hat dann habe ich die Zahlen von so einem Modell wieder wo wir schon drauf liegen und das hat man schon einmal das RAM ist meistens so das Problem damit die auch schnell antworten müssen die dass das im RAM sein das ist so der Engpass allerdings hat Apple gerade eine Arbeit geschrieben und ein Patent angemeldet wie sie effektiv das Zeug von RAM in dem Flashspeicher auslagern das weiß man darum erwartet man dass Apple damit was kommt wenn man das nämlich effektiv schafft hat man auf dem Handy braucht man nicht RAM sondern hat den Flashspeicher der billiger ist und wenn man es da reinbringt dann kann ich so etwas dann am Handy laufen lassen dann ist das überhaupt nicht mehr in einem Rechenzentrum also die Dinge werden nächstes Jahr lokal laufen tun sie experimentell jetzt schon und dann sind wir auch bei dem Thema wenn es am Handy ist dass das dann sozusagen unser persönlicher Assistent wird der persönlich ist und mit den Daten der nicht raus und diese Daten die wir dann dem System geben im Sinne auch von Vertrauen wenn wir mit verschiedene Aktivitäten durchführen lassen die werden dann dazu führen dass die Personen Beziehungen aufbauen zu ihren Geräten zu ihren Assistenten bei jeder Art Technologie gibt es Auswüchse und Dinge und Einzelfälle und Edge Cases die irgendwie absurd sind aber ich glaube nicht dass das irgendwie in einer allgemeinen Akzeptanz ist und das so sind wir glaube ich nicht in Summe dass das einfach sein wird natürlich gibt es irgendwo wen und eine schöne Geschichte wo irgendein Journalist eine schöne Story draus machen kann das wird ein wenig über getroffen und wenn nicht sind wir auch selber schuld also das haben wir ja wohl selber in der Hand aber vielleicht haben wir wenn wir jetzt die Leute rumlaufen sehen und Handy haben wir die Beziehung zu diesen Endgeräten ohne das nicht eh schon auf einem sehr hohen Level dank Social Media Ich habe noch eine Frage Würden Sie momentan an Schule erlauben JetGPT bei der Matura zu verwenden? Zweigeteilte Antwort ich glaube dass es ja rechtlich nicht zulässig ist damit kann es nicht ich denke dass es nicht haltbar sein wird auf lange Sicht dass diese Art Systeme wir für all dem unterbinden und verbieten werden weil es im Grunde naja eine Rechtschreibüberprüfung der einzelne Wörter überprüft wie man im Word schon lang hat ist technologisch das gleiche wie das so ein Sprachmodell nur sehr viel kleiner wo die Grenze dann ist ist es die Verwendung von Grammarly das mir einen ganzen Satz korrigiert ich verwende das immer wenn ich Englisch was schreibe würde ich das zulassen oder nicht nächste Stufe ist so ein großes Sprachmodell also wo da die Grenze zu ziehen ist was wollen wir noch ist eine gesellschaftliche Entscheidung was wollen wir bei dieser Art Unterrichtsprüfung an welcher Fertigkeit abprüfen welches Tool erlauben wir noch und welches nicht mehr ich bin eher auf der Seite möglichst viel an Tools zuzulassen weil ich sage im Beruf habe ich das halt dann auch ich berufe für eine Fertigkeit ausbilde wo ich das habe und das Beispiel vorher mit dem GeoGebra und dann Neid auf der Uni ist halt ein Bruch der eigenartig ist und ja aber natürlich opfert man dabei irgendwas es bleibt halt vielleicht die Fertigkeit einen schönen englischen Satz zu schreiben geht bei mir ich bemerke bei mir geht das zurück weil ich habe früher versucht meine Texte direkt auf Englisch zu schreiben das mache ich nicht mehr ich schreibe es wieder auf Deutsch bin schneller dann lasse ich es von einem Übersetzer Software übersetzen und dann gehe ich nur mit zwei Tools wie Grammarly drüber lesen wir es nur einmal durch und dann habe ich es meinen amerikanischen Kollegen wieder zum Korrekturlesen gegeben und habe gesagt deine Texte sind ja viel besser als früher jetzt habe ich es nicht mehr selber geschrieben aber was ich bemerke ist dass ich seit ein zwei Jahren so arbeite das was ich direkt wieder schreibe ist schlechter geworden also meine Fertigkeit englische Texte zu schreiben wird dadurch dass ich jetzt so arbeite die baut ab das natürlich dann im Schüleralter natürlich nur einmal genauer zu bedenken Daran knüpft eine Frage von unserem Fragebogen an werden wir durch die Nutzung der KI-Werkzeuge nicht dümmer und so in dem Sinn weil wir erstens verschiedene Fertigkeiten eventuell verlernen das Beispiel das wir alle kennen ist Navigationsgeräte da hat sich sicher auch was verändert und im speziellen im Bildungsbereich wenn wir Aufsätze und Zusammenfassungen alles von KI-Werkzeugen generieren können dann verlernen wir es selber und es gibt ja viele Fertigkeiten die durch einzelne in einzelnen Fächen gelernt werden man lernt Genauigkeit man lernt Konzentration man lernt Aufmerksamkeit haptische Fähigkeiten und diese Fähigkeiten die müssen wir schaffen dass die Schüler motiviert werden sie sich anzueignen Das war jetzt keine Frage sondern eine Feststellung und ein Plädoyer oder? Die erste Teil habe ich mit einer Frage Also ich würde einmal sagen man muss schon daran ansetzen wo man dümmer definiert und intelligent da gibt es glaube ich zwei grundlegende Ansätze das eine ist Intelligenz und dümmer ist das was ein Intelligenztest misst das bestimmen wir als Bildungssystem als Gesellschaft welche Fertigkeiten dazu rein kehren oder nicht wenn das verändert dann ist das oder du hast man hat eine fundamentalere Sichtweise des Ganzen zu sagen intelligenter ist was den evolutionären Vorteil bringt uns zum Überleben und welche Fertigkeiten sind das mag sich wandeln indem sich die Umwelt und alles wandelt die Fertigkeiten anders sein müssen also ist es wahrscheinlich keine Konstante die überhaupt konstant zu sehen ist und dann ist der Vergleich mit Vergangenheit und Zukunft dann nicht unbedingt leicht und zulässig also ich wäre eher ein Anhänger der zweiten Theorie aber in der Praxis ist natürlich irgendwelche Maßzahlen und Dinge und welche Fertigkeiten wir wollen es ist schwierig das einzuordnen aber es sollte uns klar sein dass das keine absolute Wahrheit ist sondern eine Maßzahl und eine Fertigkeit die wir festlegen die wir für zweckmäßig halten und die nicht gleich sein müssen mit der Zeit sie sind sie auch nicht Turmrechnen ist nicht mehr so wichtig wie in meiner Schulzeit oder? Ich nehme an schon dass die adaptiert werden und wenn man nicht um Intelligenz das geht sondern für was wir Noten hergeben ist der Algorithmus Anzahl Rechtschreibfehler gleich Note in Deutsch Matura immer noch der gängige bei meiner Zeit war das völlig egal wie gut der Inhalt war wahrscheinlich gibt es ausgewogener Schema da wo es Punkte für das und das und das gibt und ja also das hat sich das System an dem ich sicher verbessert zu meiner Jugendzeit wenn man da schlauer geworden ist wenn man sagt die Fertigkeit eine gute Textanalyse schreiben zu können ist nicht zu 100% schlechter gewichtet gegen die Beistrichsetzung weil mag auch technologisch begründet sein man kann natürlich begründen dass Beistrichsetzung wichtig ist weil sonst essen wir Opa Beistrich oder wie ist das Beispiel aber das müssen wir definieren was wir für wichtig halten und das ist glaube ich auch nicht leicht für unser System Wenn man in JetGPT eine Frage eingibt dann kann man nachher weiterführende Fragen stellen und mehr ins Detail gehen JetGPT 4.0 schlägt einem auch diese weiterführenden Fragen schon vor also da stelle ich den Raum man muss sozusagen nicht einmal mehr nachdenken was möchte ich wissen sondern man wählt dann aus Ich muss aber doch nachdenken wenn ich eine Auswahl von mehreren Möglichkeiten bekommen welche ich gehe und entscheiden können ob das in die Richtung geht manches Mal schlägt da mir was vor was sinnvoll ist manchmal möchte ich in eine andere Richtung ja das obliegt weiterhin mir und es ist es ist trotzdem nur eine Autovervollständigung und nicht mehr man sollte nicht mehr reingeheimsen was es ist und die Autonomie kann ich nicht abgeben an so ein System bis zum Letzter es ist nur das was es ist Das was ich anspreche ist wenn man sich damit beschäftigt man denkt sich rein in ein Thema und geht in die Tiefe und dieser Vorgang den muss ich sozusagen dann nicht mehr machen doch also ich werde wenn ich Medienbereich fordere Journalisten sind ja auch sehr tangiert durch das Beginn sind immer sehr interessiert bevor und wenn sie dann mitkriegen was die Technologie alles kann und so weiter dann werden immer ruhiger dann sagt er immer ich werde es in Zukunft fürs Denken bezahlt und nicht mehr fürs Schreiben das Denken nimmt man nicht ab die Story zu entwickeln aber vielleicht Teile beim Schreiben wenn ich heute einen Blog Artikel schreibe fange ich den nicht mehr von Null zu schreiben an sondern ich schreibe in so ein System bitte mach mir mal eine Internet Recherche zu dem und dem Thema und fasse mir diese Texte zusammen dann liefert er mir die bitte schreib mir das bitte ganz um und bring das aus einer europäisch kritischen Sichtweise diese Technologie zu betrachten und anderer Text ich steuere sehr genau welche Aspekte welche Quellen ich hinzufüge und am Ende kommt das raus das habe ich zur Hälfte nur noch selbst geschrieben es ist effektiver schneller trotzdem möchte ich eigentlich den Inhalt den ich rausgebe nicht weggeben die Grundgedanken welche Quellen verwendet wie das gebe ich auch alles vor ist immer noch relativ viel Arbeit muss auch einiges schreiben so simpel prompt schreibt mir eine Geschichte zu so und so dann kommt halt hin dass er allgemeines geschwafelt daher also dieses scheinbare wichtige prompt Ingenieuring heißt die muss trotzdem denken es ist nur eine Schreibunterstützung mehr ist es eigentlich wieder nicht also Ihre englische Kompetenz im Schriftlichen erst schlechter geworden haben Sie festgestellt fürchten Sie nicht dass da auf lange Sicht dann auch Ihre Kompetenz im Deutschen Schriftlichen gegeben auch einmal schlechter werden wird ja das fürchte ich ich schätze auch dass es so sein wird die Frage die ich mir stelle ist wie relevant das ist sozusagen ich bin bequem ich möchte mehr Output ich schreibe schneller ich denke dass meine Fertigkeiten dadurch schlechter werden vielleicht habe ich die Zeit genutzt um damit andere Fertigkeiten das ist ja eine Abwägung ich kann jetzt nicht sagen ob ich das jetzt grundlegend positiv oder negativ sehe da bin ich zwiegespalten wahrscheinlich müssen wir die Balance finden zu sagen okay ihr dürft all das nicht benutzen ihr müsst gescheit Deutsch schreiben jeder Satz händisch ist nicht haltbar es gibt sowas musst auch damit schreiben lernen auf der anderen Seite darf ich nicht hinten rund fallen und kann keinen Satz mehr schreiben dann kann ich auch mit dem System nicht mehr arbeiten also irgendwie muss ich es unter einen Hut bringen lernen sich an Studenten das ist Prompt Engineering das wird ja praktisch eine Sprache werden die bei der Bildgenerierung in Photoshop wenn ich ordentliche Prompt mache kriege ich das was ich will wenn ich Käse Prompt mache kriege einen Käse also wie ich schätze mal das wäre doch Unterrichtsgegenstand oder zumindest in den Denk einzubinden es ist eine wichtige Fertigkeit sich verbal auszudrücken was man genau haben will Ausdruck Prompt Engineering habe ich nicht so gern weil es eigentlich suggeriert ist etwas völlig Neues wäre das in dem Sinne eigentlich nicht und es gehört aus meiner Sicht in den verschiedenen Fächern einzeln angesiedelt und es ist nicht eine Einzelfertigkeit und nicht ein neues Fach weil es am Fach hängt ob das jetzt in der Bildbearbeitung ist und ich Photoshop jetzt statt per Klick auch verbal bedienen kann was es ja ist ist was anders als wenn ich jetzt im Programmierunterricht auch mit entsprechenden Prompt zu mir Code generiere ich brauche entsprechendes Fachwissen um es in diese Domäne einzusetzen also gehört beim jeweiligen fach angesiedelt und es dort halt einfach eine Kulturtechnik dass ich halt mich verbal ausdrücken kann dem System was zu sagen so wie ich halt andere Dinge auch können muss ja wir machen es explizit in der Ausbildung bei den Grafikdingen Photoshop und ähnliches Ding wir machen es in der Programmier Grundausbildung ja wird von dem her mehr werden in wissenschaftlichen Arbeiten haben wir es zum Beispiel nun näht weil das natürlich also eine Frage ist wie Referenz wird gerade diskutiert was wenn ein Stück aus einem so einem System generiert ist wie ist das als Quelle anzuführen muss jetzt nur angegeben werden dass es hier eingesetzt wird muss auch bei jeder Verwendung der entsprechende Prompt auch in der Arbeit referenziert angegeben werden ist das sauberste ist wahrscheinlich nicht praktikabel macht keiner irgendwie sind wir halt jetzt so in der Mitte davon ja es wird halt eingesetzt und dann kannst du ja jeden Prompt immer mitspeichern im Fachhochschulbereich wird ja die also wenn ich das richtig verstanden habe die Abschlussprüfung da wird überlegt wie man das ändern soll in Bezug auf künstliche Intelligenz können Sie uns da ein bisschen was erzählen wie da der Stand der Dinge ist ich weiß jetzt nicht was da aktuell genau gemeint ist aber die Abschlussprüfung jetzt ist eine mündliche Prüfung vor einer Kommission die in unserem Fall je nach Bachelor oder Master Abschluss mehr oder weniger Bezug auch auf die Arbeit hat im Masterumfeld ist es eigentlich nur eine Verteidigung der schriftlichen Arbeit war auch schon vor der künstlichen Intelligenz aus meiner Sicht ganz wichtig als Qualitätsprüfung also im Wesentlichen prüfe ich bei der Masterprüfung nicht irgendeine Grundlagen wissen ob das wer durchfällig prüft eigentlich nur hat der seine eigene Arbeit verstanden und hat der das selber geschrieben das ist der einzige Grund wieso man durchfallen kann beim Master aus meiner Sicht das ist diese Qualität das war es schon vorher und vor JetGPT gab es schon jahrzehntelang Schreibservices also Bachelorarbeit 5000 Euro Master 10.000 Euro gibt es zur Genüge am Markt also wir möchten gar nicht wissen was da alles schon war das hat halt jetzt nur mehr einen Schub gekriegt das heißt diese Qualitätssicherung der mündlichen Prüfung am Ende um das sicherzustellen ist entscheidend und ich bin Pragmatiker wenn ich am Ende eine Arbeit abprüfe und das verstanden kann man alles erklären selbst wenn ich wüsste dass sie mir so ein System oder unterstützt geschrieben hat wäre es dann für mich okay weil es ist angekommen es verstanden den Rest will ich einfach nicht mehr wissen wenn das allerdings mühsehrlich selbst geschrieben wurde und mir nicht einmal die Grundlagen erklären kann habe ich auch schon gehabt fahre ich trotzdem durch weil das Ziel nicht erreicht ist da ist es mir wirklich furcht wie es entstanden ist aber du dass das da ist was mich jetzt interessiert ist muss man das jetzt kennen in der Zukunft wie das bedienen eines Taschenrechners wie Office Excel weiß ich nicht dass man da weil das einfach die Zukunft ist muss ich das einmal kennen dass ich Brunnen brauche oder kann ich das auch mehr oder weniger ignorieren für mein zukünftiges Leben ich muss nur wissen dass es es gibt aber muss ich das einmal irgendwann einmal kennen dass ich das weil um das geht es es wird in sehr vielen Software sagen wir mal so wenn ich irgendwo mit Software im digitalen Bereich zu tun habe ist es einmal etwas anders als wenn ich irgendwo im Hintergebirge als Holzfäller arbeite muss man von der Berufssituation unterschiedlich sein wenn ich aber einmal sage ich bin in diesem digitalen Umfeld ich habe mit Software zu tun werde ich in sehr vielen werden nicht so viel mehr neue Software Systeme hinzukommen JetGPT ist keine Gebrauchstechnologie ist eine Demo aber diese Technologie wird jetzt und ist dabei in sehr vielen anderen Software Systemen zu erscheinen siehe Office und was ist so ein Co-Pilot heißt er dort ich habe eine Möglichkeit via Sprache zu schreiben was ich tun möchte statt dass ich durch die Menüs klicke und es mir zusammen klicke und mit der Software ist einfach eine zusätzliche weitere Art Software zu bedienen mit natürlicher Sprache es bleibt mir dann überlassen ob ich das machen möchte der eine klickt lieber so wie auf einer Webseite gibt es Leute die lieber die Suche benutzen und welche die sich durch die Menüs klicken weiß man so ist es halt da es ist eine andere zusätzliche Art und Weise mit Software zu kommunizieren die manchmal aber sehr effektiv ist wenn ich es ganz verneine glaube ich verbaue ich mir einfach eine Effektivität aber der eine wird es mehr nutzen und der andere weniger wird in viel Software Systeme einfach so oft auch Wir haben uns im Zuge der Vorbereitung der pädagogischen Konferenz eine Liste von Tools angesehen und haben halt da gesehen dass es für jeden Bereich mittlerweile schon KI-Tools gibt und natürlich genauso auch für den kaufmännischen Bereich und wir sind KI-Pilotschule wir sind bei dem Projekt vom Bundesministerium dabei und da werden wir Lizenzen bekommen für verschiedene KI-Software-Pakete welche das wissen wir noch nicht da haben wir noch keine Rückmeldung bekommen aber da wird wahrscheinlich oder wäre wahrscheinlich auch ein kaufmännisches Tool dabei sein Wenn man den ganzen Tool-Wald sieht und so viele muss man mal sagen grundsätzlich gibt es 100.000 Jet-Tools und so weiter die darunterliegenden Systeme und Technologien sind meistens sehr wenige von verschiedenen Anbietern es ist wichtig glaube ich auch in der Bildung zu vermitteln wie erstens wie man mit diesen Grundsystemen umgeht aber auch wie sie dahinter funktionieren aber nicht wie das einzelne Tool zu klicken ist sondern wie funktioniert jetzt ein Bildgenerator generell und wie was heißt das beim Prompting wie genau muss ich spezifizieren aber wie rechnet das Bild aus welchen Daten wurde das trainiert also diese diese Fertigkeiten würde ich als allgemein wissen dahinter gerne sehen und ob das jetzt am Mitjournitali oder sonst was ist ist mir eigentlich wieder relativ egal weil das wird nächstes Jahr schon wieder anders sein also genauso wie man nicht Word unterrichten sollte sondern Textverarbeitung ist es halt da ein gewissen Abstraktionslevel zu haben weil die Tools gibt es so viel und so viel unterschiedlich sind die dann halt auch nicht kaufmännisches Tool was macht ein kaufmännisches Tool ein Beispiel haben sie finde ich auch gezeigt in der also ein Abstraktionsprüfungstool zum Beispiel was tut das mehr als Excel Excel konnte rechnen kann ich sehr viel machen kaufmännisches und in jeder Zelle wo Fließtext drin stand ist hat das Ding nichts damit anfangen können jetzt habe ich ein Sprachmodell das kann offensichtlich mit dem Text auch was anfangen mit Zahlen auf und damit kann es offensichtlich eine Liste durchprüfen und schauen welche Buchungen sind vielleicht auf ein Privatkonto gegangen bei einer Prüfung aufgrund der textuellen Dinge wenn dort drinnen steht im Text Flug mir für meinen Sohn nach Australien in der Firma verbucht wenn man das reinschreibt dann würde ein Sprachmodell entscheiden können dass das ein Kandidat ist für eine Privatbuchung und bitte prüfen weil es den Text versteht Excel hätte das nicht gekonnt weil ich könnte nur sagen das ist eine auffallige Buchung weil die Höhe der Summe über einen gewissen Wert ist solche Regeln gab es ja immer jetzt wird halt einfach die Sprache interpretierbar der Text und das machen diese Tools dann auch nicht unnützlich und da ist im Vergleich mein Fassungsvermögen sehr niedrig und da sind wir eine neue Generation die bereit war alles zu lernen und das Fachwissen anzueignen wo ja die Schüler jetzt sagen wozu das sagt eh die Maschine aber sie können dann überhaupt nicht einschätzen was da rauskommt ist das richtig aber wie vermittle ich das wirklich und eben auch können wir das irgendwann noch abchecken ich denke das ist ein wesentlicher Punkt dadurch dass es die Tools gibt wird es weder für uns noch für die Schüler leichter das heißt die Fertigkeiten das Einschätzen da können wir sonst was brauchen entsprechende höherwertige Fertigkeiten also zu Fuß gehen war vielleicht einfacher wie Autofahren bin halt schneller mein Auto aber die Fertigkeit das zu bedienen und richtig und sicher ist dadurch gestiegen so geht es halt dann auch jetzt bei kognitiven Fertigkeiten ja geht was entsprechend schneller sonst was aber ich muss halt jetzt dann fünf Seiten Text geschrieben da kann auch immer ein Junk drinnen sein das richtig einzuschätzen das heißt die Fertigkeiten die ich brauche werden eher höherwertiger mehr werden als wir weniger also die Schlussfolgerung gebraucht uns als Bildungssystem gar nicht mehr weil das kann nicht das ist eigentlich die Gegenschlussfolgerung würde ich sagen aber wir müssen uns halt dem stellen dass wir diese höheren Anforderungen auch wirklich abbilden können wir selber und die Schüler glaube ich für beide Seiten schwer ich wollte eigentlich da zu dem sagen also können wir das alles überprüfen mein Taschenrechnung dem habe ich immer geglaubt der hat auch immer da habe ich mich verlassen können 100%ig wenn die da was eintippt und die richtig eintippt dann hat er richtig rechnet und bei dieser Technologie ist es halt mit großer Wahrscheinlichkeit so dass das was rauskommt kein Blödsinn ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit und ich denke mal die Wahrscheinlichkeit wird höher werden dass das was rauskommt kein Blödsinn ist aber so 100%ig sicher wird es halt nicht werden Ja das ist ganz ein wichtiger Punkt das auch zu unterstreichen da unterscheiden sie die Taschenrechnung der Technologie von dem das muss uns völlig bewusst sein und das schwenkt die Möglichkeiten ein wo wollen wir was wie einsetzen ich bringe jetzt extreme Beispiele sagen wir mal wir wollen es für Gerichtsurteile einsetzen wo ein Todesurteil dahintersteckt haben wir nicht da muss ich mir sehr genau überlegen ob die Restwahrscheinlichkeit dass das doch falsch ist ob ich das gesellschaftlich in Kauf nehmen möchte oder aber ich möchte vielleicht beim Computertomographen ein Bild auf Krebs prüfen und ich weiß dass das 2% Fehler macht wenn mein Hausarzt 3% Fehler macht bin ich bereit das Risiko zu gehen weil ich einen Gewinn habe also es sind beides extrem weil ich mir zeigen ich muss mir von Art der Anwendung sehr genau überlegen was will ich was wie gehe ich mit dieser Unzulänglichkeit und mit dem wo ist es wo ist es vertretbar und da ist manchmal der Vergleich nicht kein Fehler sondern hier ist es in dem Fall besser als menschlich wenn ich in der Rechnungsprüfung auch welche Buche ich übersehe und sage es übersieht mir aber weniger als die menschlichen Prüfer dann setze ich das Unternehmen ein auch wenn es nicht null ist sind das aber Fälle wo ich definitiv keine Fehler erlauben kann oder will habe ich mit derartigen Systemen muss ich andere Systeme nehmen Ja ich wollte auch noch was zu der Maria ihrer Frage sagen das ist jetzt wieder Mathematikunterricht 1995 habe ich bei der Matura Mathematik eine Seite integral runtergerechnet eine Seite ein Differenzial und jetzt hat sich die ganze Aufgabenstellung in der Mathematik halt komplett geändert man muss halt interpretieren Werte wenn da ist der Auserkund in meinem Glas sind 3,5 Hektoliter drinnen dann sollte es dem Schüler klar sein dass sich das nicht ausgeht so kann ich rechnen wie ich will und so werden sich halt auch die ganzen Freistellungen und Aufgabenstellungen in anderen Fächern das hat sich ja schon in anderen Fächern auch geändert das halt nicht mehr F von X ist gleich X hoch 5 minus 3 X plus 27 zum runterintegrieren ist mit der Hand sondern es wird halt dann auf einen Knopfdruck das Integral berechnet und dann heißt es halt was heißt das jetzt die Partialbruchzerlegung waren immer nicht gleich und das ist das Interpretieren und das Schätzen und das wird halt bei uns in der Mathematik genauso in der Wirtschaft auch wichtig werden dass man das abschätzt ob das jetzt so ausgeht beim Herrn Penck oder nicht und ich denke wir haben schon in der Vergangenheit einen mathematischen Analphabetismus gehabt überzeichnet von mir der kann dann so ein Integral ausrechnen und kann nicht einschätzen ob jetzt zwei Drittel oder vier Siebtelgräste ist oder so so was haben wir alles erlebt und das ist einfach indem diese mechanischen Fertigkeiten über verstärkt betont worden ist auszurechnen hat man glaube ich viel zum Besseren gewendet also ich bin ja am Beginn der 80er Jahre in die Schule gegangen als da war es noch ganz anders technologischen Wandel das ist das was wir sind nicht so schnell adaptierfähig wie die Technologie sich schnell ändert das glaube ich das glaube ich Sie eignen nicht es eignet sich nicht als Sprachmodell offensichtlich Gibt es Studien Analysen und Einschätzungen wie das Lernverhalten von Schülern beeinflusst wird keine Auskunft kenne ich nicht habe ich mich nicht und das habe ich nicht mit beschäftigt Kann künstliche Intelligenz auch etwas Neues hervorbringen oder ist es immer ein Mix aus altbekannten Dingen wenn man weiß wie die Systeme hier funktionieren es ist ein Mix von altbekannten ich bin mir nicht so sicher ob das was wir als Mensch als Kreativ haben nicht auch ein Mix von vielen Dingen ist die wir irgendwann mal gesehen erlebt haben und das rekombinieren ich weiß nicht ob der Unterschied auf dem Level da ist aber das ist eine philosophische Frage also mir hätte vom kurzen nur jeder in einer Werbeagentur erklärt so viel Kreativleistung und so das kann nie so eine KI machen das braucht immer einen Menschen das schaut manchmal dann ganz anders aus in der Branche Apropos Mensch da hätte ich auch noch eine Frage weil Sie vorhin gesagt haben bei diesen Trainings verschiedenen Trainingsstufen dann auch wenn so sozial gewünschte Antworten moralische was würde ein Mensch wollen wo Sie gesagt haben das müssten dann Menschen auswählen welche Antwort sie haben wer macht das was sind das für Menschen wo wird das gemacht also bei Open AI war das ja mal eh in der Presse wie es rausgekommen ist dass die sogenannte Clickworker irgendwo auf der Welt in Kenia oder wo verwendet haben billige Arbeitskräfte die nach gewissen Protokollen das durchklicken mussten und so weiter das zu tun heißt natürlich wieder dass ich die Meinungen und die vorherrschenden Dingen genau von dieser Gruppe Leute die ich habe vielleicht den System übertragen das fast pervers klingende was man jetzt macht ist man benutzt derartige Systeme um diese Auswahlen zu treffen um in der nächsten Generation ein System das ich trainiert habe bewertet die Daten die ich dazu benutze die nächste Generation zu trainieren und man schaut ob es besser wird und man müsste eigentlich meinen das kann ja nicht besser werden weil es beurteilt die eigene Scheiße mehr oder minder die letzten Arbeiten sagen ja das wird jetzt von Runde zu Runde besser wirkt ein bisschen eigenartig also die werden teilweise trainiert mit sogenannten es klingt so schön synthetische Daten das heißt die werden selber von einem Sprachmodell synthetisch gemacht und die nächste Generation fürs Training verwenden ist der letzte Schrei so funktioniert anscheinend gut die zukünftigen Systeme werden von KI erstellten Texten Bildern und Medien trainiert das werden sie erstens sowieso jetzt schon indem man es explizit macht aber implizit natürlich auch indem man wenn man mal sagt ein Drittel des Internets aus Texten erstellt die schon mit solchen Tools erstellt weil das die nächste Generation ungewollt ja sowieso schon dadurch kontaminiert man versucht es halt jetzt experimentell ganz bewusst zu machen was sieht das anders ja es ist es ist irgendwie der Kreislauf geschlossen den Kreislauf können wir auch im Bildungssystem schließen wenn man es jetzt ein bisschen zynisch überzeichnet macht ich kann ja JTBD unsere Systeme zu benutzen um wunderbar meine Aufgabenstellungen zu generieren die gebe ich meinen Schülern die diese Tools benutzen um diese Aufgabenstellungen zu lösen und ich habe experimentiert mit Tools wie ich zum Beispiel vollautomatisch eine Bachelorarbeit benoten kann er funktioniert noch nicht gescheit wenn ich das hinbringe dann ist der digitale Zyklus vollständig geschlossen von der Aufgabenstellung bis zur Beurte ohne dass an irgendeiner Stelle noch ein menschlicher Input ist ja dann hat man was ad absurdum geführt das heißt Spaß glaubst du ist ein gutes Schlusswort nein ich würde gerne bis jetzt sättig bestätig war servus haben wir noch was vielleicht noch Datenschutz also wenn wir die Systeme mit unseren Fragen Informationen füttern verstoßen wir verwenden wir ein amerikanisches System oder andere muss europäische Systeme sein muss nicht sein ja wir an der FH benutzen ein nicht ein USA-agendes System zum Beispiel ist kein großes Thema kann das überall haben in der Welt wo ich haben will dann sind wir wahrscheinlich auch bei einer Kostenfrage und wir in der Schule haben relativ wenig Budget das ist keine große Frage und demnächst überall also das ist das Thema Standort das ist so gut wie gelöst also das ist kein Thema mehr die Frage ist aber damit nicht ganz gelöst und nur weil das jetzt sage ich einmal in einem Rechenzentrum in Europa liegt beim Konzern ist das dann zwar bin ich dann zwar DSVGU-konform möchte ich das trotzdem das ist ja damit auch nicht gelöst ja wenn ich das dann wirklich lokal nur auf meinem Gerät habe ist das wieder ganz an einem anderen Level also ja also diese Art Datenschutz mit Daten Weitergabe glaube ich ist kürzlich kein großes Problem die Problematiken und Dinge die man hat wir haben ja jetzt gerade wird heute oder morgen EU-Act verabschiedet glaube ich da ist jetzt ja die große Frage welche Art KI-Technologie in welchem Bereich zulässig ist wo wie gefährlich mit Gefährlichkeitsklassen ja das Problem das man auch dort hat bis das das wirksam ist über die Jahre und eingesetzt hat sich die Technologie weiterentwickelt dass es wahrscheinlich wieder ein Problem wird wenn es anwendbar ist das sind die große Probleme wo man sagt okay wir wollen keine Gesichtserkennung in Kameras weil das kann was ich für Social Calling verwendet werden aber wir wollen auch das und das wollen wir man hat alleine schon bei der Beschlussfindung für den EU-Act gemerkt dass auf einmal sich begonnen hat bei manchen Regulierungsdingen zu Sprachmodellen Frankreich quer zu legen wir wussten weil ein französisches Startup dabei war ein gutes System zu entwickeln das war der Grund weshalb sich Frankreich quergelegt hat so ist das natürlich immer von Einzelinteressen auch getrieben dann sagen wir Dankeschön das ist Maria das ist ja bisher danke get Vielen Dank.